Wenn man in einen Krieg hineingeht, sollte man wissen, wie man rauskommt. Und ich weiß, wer das nicht weiß. Die NATO weiß das nicht. Die NATO hat ja es nicht einmal geschafft, gegen ein paar Kollegen mit Sandalen AK-47 und Mofas in Afghanistan zu gewinnen, obwohl sie technisch überlegen waren. Wer hat denn angefangen? Der Westen fängt ständig an, weil er sich für überlegen hält und sagt, das, was ihr da habt, euer russisches Land, das gehört eigentlich uns. Also die Bodenschätze sind zu wichtig, sie den Russen zu überlassen. Das Öl ist zu wichtig, um sie den Arabern zu überlassen. Das ist eigentlich unseres. Und wenn ihr das nicht freiwillig tut, müssen wir es über List und Intrige machen. Das gibt den Eliten recht, dass wir, wer sich wie ein Schaf benimmt, ist ein Schaf. Wir haben inzwischen ja, was muss man sich mal vorstellen, was an Sprengkraft auf diesem Planeten da ist. Wir haben nuklear umgerechnet vier Tonnen Sprengstoff pro Person. Das muss man sich mal vorstellen. Als Bevölkerung muss man sagen, die da oben dauernd diese Dinge tun und dann unsere Kinder in die Kriege schicken, arbeiten die eigentlich für uns? Wie würden wir das denn eigentlich regeln? Wir würden doch mit Russen, mit russischen Nachbarn reden. Wenn du mit deinen Nachbarn Probleme hast, ob die jetzt aus Russland kommen oder sonst wo, dann nimmst du doch keine Waffe und schießt auf die. Du gehst drüber und sagst, hör zu, so geht das nicht, du schießt dauernd immer in der Eifahrt. Aber jemand, der auch durch unser Schulsystem so gedrillt wurde, dass er permanent in Angst gehalten werden kann, den kannst du auch nicht von außen befreien. Das musst du dir von innen irgendwie leisten. Ich hoffe, dass die Menschen irgendwann es satt haben, sich regieren zu lassen. Und zwar durch solche Pappnasen. Und dann sagen, ich mache da einfach nicht mehr mit. Haben Sie herzlich willkommen in so einer neuen Sendung von Schrank TV Spezial, Schrank TV Talk. Ken, schön, dass du wieder da bist, dass es dir klappt hat in so kurzer Zeit. Wir waren im September, glaube ich, noch draußen, schön, bei schönem Wetter. Jetzt ist eine Menge passiert und die Leute werden jetzt von dir bestimmt erwarten, Ukraine ist das Thema. Hast du überhaupt Lust, darüber zu reden? Frag ich jetzt mal. Oder wollen wir? Nein, wir können natürlich auch über die Ukraine reden. Im Grunde genommen hätten wir das seit 2014 die ganze Zeit tun können. Darauf hinaus, du hast damals, warst einer der Ersten, Lars Mehrholz war der Organisator damals bei den Montagsmahnwagen, wissen die meisten Leute gar nicht mehr. Da ging es ja um die Ukraine-Krise. Da standst du auf der Bühne, hast viele Leute bewegt. Wie fühlt sich das für dich eigentlich an? Ich sage mal, jetzt haben wir 2022 und alle sagen Krieg, Krieg, Krieg. Und wir sind damals alle auf die Straße gekommen, das zu verhindern. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass alle sagen Krieg, Krieg, Krieg. Ich glaube, die Leute haben, wenn tatsächlich ein Krieg auf europäischem Boden in ihrer eigenen Umgebung dann stattfinden könnte, weil ein Krieg kann ja immer schnell auch größer werden, dass sie dann Angst bekommen. Wir haben ja die ganze Zeit Krieg. Aber der Krieg in Afghanistan, der Krieg in Syrien, der Krieg im Irak, der Krieg in Somalia, der Krieg im Jemen, das ist weit weg. Aber wenn ein Krieg dann in Europa stattfindet, wo man sagt, irgendwie, dass meine Großeltern davon erzählt, mein Großvater war ja auch auf der Krim und war auch in Russland und Operation Barbarossa. Das ist jetzt, davon habe ich gehört, das kann ja dann auch mal so enden, dass Kettenfahrzeuge wieder in Berlin stehen. So, dann verliert diese Medienberichterstattung das Abstrakte. Und da kriegen die Leute schon Angst. Aber wir können gerne darüber reden. Ich habe nur eine Bitte. Ich will nicht den ganzen Tag über Politik reden, weil es ist müßig, darüber zu reden. Ich freue mich besonders, dass du heute hier sitzt. Weil ich kann mich erinnern, mein Geschäftspartner, der Friedrich, hat diese Sendung bei Belasch gesehen und sagt zu mir, kam rein ins Büro und sagt, Heiko, ich habe kennengesehen und er sprach da über 432 Hertz. Und am selben Tag haben wir eine Sendung aufgenommen, Schrank TV Spirit, über 432, 440 Hertz. Das war der Anlass übrigens für mich, mich bei dir nochmal zu melden. Weil die Leute wussten davor nichts und wir hatten eine Synchronicität, beide, dass wir über dasselbe am selben Tag gesprochen haben. Und das können wir leider noch darüber reden. Aber wie gesagt, wie du möchtest. Mir ist es egal. Ich finde es auch langweilig mittlerweile. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. Wir waren ja damals, du warst auf der Bühne. Wir haben zusammen ja auch Reden dort gehalten. Aber irgendwie, ich fand es ein bisschen enttäuschend, dass es so weit jetzt gekommen ist, als ob die Leute nichts gelernt haben. Gut, stell mir eine Frage zur Ukraine und ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, indem ich größer aushol. Verzähl. Okay, für alle, die sich die Frage stellen, also die neu jetzt im Politgeschäft sind und auf einmal in den Nachrichten hören, Ukraine, russische Panzer, Putin böse, Krieg und so weiter, Kiew umkämpft, Blut fließt. Wir müssen was machen. Um was geht es denn hier eigentlich? Es geht hier um das, um was es immer geht. Es geht um Geopolitik. Und das, was wir im Moment erleben, ist das, was mir Kinder schon 1901 geschrieben hat, als die Briten noch weltreich waren. Wir müssen dafür sorgen, dass auf der Eurasischen Platte sich Technologie, also ein Land wie Deutschland zum Beispiel und Bodenschätze, ein Land wie Russland, um es jetzt mal exemplarisch zu nennen, dass sie sich nie zusammentun. Denn wenn die zusammenarbeiten, damals durch die Eisenbahn, dann sind wir raus und die Briten waren ja damals Seemacht. Aber weil auf der Eurasischen Platte keine Schiffe fahren können, sondern außenrum wäre diese Macht dann zu Ende gewesen. Eurasien gibt es immer noch, die Briten sind jetzt keine Weltmacht mehr, spätestens seit Bretton Woods haben ihnen die Amerikaner ja die Butter vom Brot genommen, um ihnen zu weit zu werden. Und das ist das, was auch Brzezinski später gesagt hat, der ja die Bücher auch gelesen hat und Präsidentenberater war unter Jimmy Carter oder auch unter Barack Obama. Was auch neulich Herr Friedman zum Beispiel gesagt hat auf seiner Stratford-Konferenz auf die Frage, haben Sie Beziehung zu Europa? Wir haben keine Beziehung zu Europa, wir haben Beziehung zu Rumänien, zu Polen und so weiter. Es geht um das, was die Römer schon getan haben, wenn sie eine größere Masse von Menschen beherrschen wollen, teile und herrsche. Du musst also intrigant sein, Machiavelli anwenden, damit Menschen, die, wenn sie zusammenarbeiten, dich nicht mehr brauchen, miteinander nicht können und dann Hilfe brauchen, die bietest du an. Das heißt, du sorgst für ein Problem und bietest dann die Lösung an. Das ist nichts anderes als das, was eine List ist. Das ist eine Kriegslist. Das ist erlaubt und List klingt so positiv, aber eigentlich ist das höchst intrigant. Aber wenn es dir darum geht, die Macht zu behalten und Macht bedeutet, dass einige wenige sehr, sehr gut leben, während die anderen für sie arbeiten, dann ist dir das recht, weil das, was du denkst und was du umsetzt, gibt dir dahingehend recht, dass du hier immer ein paar Trottel findest, die das auch machen. Es ist ja nicht so, dass das nicht durchschaubar wäre, aber die meisten durchschauen es und sagen, es muss eben so sein und folgen ja dem Ruf des Krieges oder für eine Sache zu kämpfen, zu sterben, die sie eigentlich gar nichts angeht, weil jemand oben gesagt hat, wir müssen das machen. Das gibt den Eliten recht, dass wir, wer sich wie ein Schaf benimmt, ist ein Schaf. So. Und was wir in der Ukraine hier sehen, ist das, dass es darum geht, die Eurasische Platte dahingehend zu spalten, dass der Russe und der Deutsche in der Zusammenarbeit ja gar nicht mehr das Problem sind, sondern nach dem Zusammenbruch der UdSSR und dem Aufstieg Chinas und damit auch wieder dem Aufstieg Russlands haben wir drei Systeme, die kapitalistisch produzieren. Kapitalismus bedeutet aber überproduzieren, um andere Märkte zu erobern. Wenn das aber drei Systeme machen, dann geht der Planet dabei hobs, weil wir einfach alles kaputt machen. Also müssen andere aufhören und die sollen dann praktisch für uns in unserem Rahmen im Grunde genommen eine digitale Planwirtschaft umsetzen. So. Aber wer wird derjenige sein, der sagt, was Phase ist? Die Amerikaner sagen, das sind wir. Die Russen sagen, nee, ihr seid es nicht. Und die Chinesen sagen, wir wissen, dass wir es sind. So. Wie kannst du das irgendwie beenden? Indem du dafür sorgst, dass die Lieferketten von China nach Europa, also One Road, One Belt, das größte Projekt ever, dass das irgendwo an einer Mitten in Asien endet. Du kannst als Amerikaner die Chinesen nicht angreifen. Dafür sind sie zu groß. Außerdem haben sie die größten Schulden. Also du bist bei denen am meisten verschuldet und extrem viele Produkte, die bei uns auftauchen, werden ja in Asien produziert. Ich sage jetzt mal nur Apple. So. Das heißt, es ist alles extrem vernetzt. Um die Chinesen platt zu machen, also ihre Lieferketten zu zerstören, musst du dafür sorgen, dass irgendwo in der Mitte mehrere Spots entstehen, wo dann die Züge nicht mehr rollen, wo die Produkte nicht mehr fahren können. Und da hast du zum Beispiel bei den Chinesen, die Uiguren, da machst du ein bisschen Ärger, dann machst du irgendwie im Bereich Indien ein bisschen Ärger, dann machst du Ukraine ein bisschen Ärger, weil da stoppen dann die chinesischen Züge, die auch durch Russland ja durch müssen. Und das Problem mit der Angelegenheit ist, und deswegen bin ich gespannt, wie es ausgeht, obwohl ich weiß, wie es ausgeht. Wenn man in einen Krieg hineingeht, sollte man wissen, wie man rauskommt. Und ich weiß, wer das nicht weiß. Die NATO weiß das nicht. Die NATO hat ja es nicht einmal geschafft, gegen ein paar Kollegen mit Sandalen AK-47 und Mofas in Afghanistan zu gewinnen, obwohl sie technisch überlegen waren. Das bringt nichts. Du brauchst Boots on the ground. Aber die Frage ist, ob sie überhaupt gewinnen wollen. Denkt man in den Vietnamkrieg zurück, da ging es ja darum, umso länger der Krieg war, umso mehr Geld konnte man verdienen. Rockefeller damals. Mag sein, aber am Ende will man schon, dass das Land nicht in die Hände anderer fällt. Man hat ja damals mit Domino-Theorie agiert, hat dreimal mehr Bomben auf Vietnam abgeworfen, als im Zweiten Weltkrieg gefallen ist. Nur Vietnam ist trotzdem nicht amerikanisch geworden, auch nicht irgendwas anderes. Also das funktioniert ja alles nicht, weil Krieg kostet auch Geld. Geld, was für einen Krieg ausgegeben wird, ist ja im Inland nicht da, führt ja auch zu sozialen Unruhen, weil das Geld fehlt ja irgendwo. Guckt ja Afghanistan, eine Billion. Die US-Amerikaner haben eine Billion in Afghanistan verbrannt. Ja, klar. Das Geld fehlt ja irgendwo. Viele Amerikaner wissen ja nicht, wovon sie leben sollen. Also das ist jetzt eine andere Geschichte. Gut, also was wir im Moment haben, ist eben, dass wir sagen, okay, das darf man nicht direkt aussprechen. Im Grunde genommen ist dieser Krieg, der in der Ukraine gerade stattfindet, dieser Konflikt, militärisch bewaffnet, etwas um die Chinesen zu stoppen. Das ist eine List. Man kann den Chinesen aber nicht auf die Art und Weise den Krieg erklären. Die Chinesen spielen übrigens auch sauber mit. Sie spielen auch bei Wuhan sauber mit. Aber weil sie wissen, okay, sie wollen nicht die Weltmacht erobern, sie wollen nur nicht nach der amerikanischen Pfeife tanzen. Und wenn man sich die Politik anschaut, des Westens gegenüber China in den letzten 150 Jahren, ich sag nur mal Kanonenbootpolitik oder bezahlen mit Drogen, Opiumkriege und so, dann weiß man, dass die Chinesen alles Mögliche tun. Aber sie vergessen erstens nicht und zweitens haben sie eine sehr, sehr alte Kultur. Bei den Russen ist es dasselbe. So, was wir 2014 in der Ukraine gesehen haben, war schon im Vorfeld, dass man das macht, weil man hat ja gesehen, dass die Chinesen schon aufgestiegen sind. Und Geopolitik arbeitet immer über 20, 25 Jahre und vor allem das, was sie erzählen, ist nie das, was Phase ist. Das ist der Trick, das ist ein Zaubertrick. Man lenkt ab. Und es war damals eben so weit, dass man gesagt hat, man möchte in der Ukraine dahingehend zündeln, dass es dort zu einem Krieg kommt und die Züge nicht mehr von A nach B rollen. Und da muss man eigentlich den Herrn Putin oder wer auch immer gerade Russland regiert, provozieren. So, jetzt könnte man sagen, Entschuldigung, die Ukraine ist ein freies Land und die kann doch in das Militärbündnis eintreten, was immer sie möchte. Das stimmt auch so. Auf der anderen Seite hätte man das auch damals gegenüber Kuba so sagen können, wenn die Kubaner unbedingt russische Atomrakete auf ihrem Land haben wollen, möge man sie doch in Ruhe lassen. Wir wissen, dass es zwischen Militärblöcken, die bis an die Zähne bewaffnet sind, so etwas geben sollte, wie einen Sicherheitsabstand. Weil wenn da irgendeiner einen Fehler macht, dann kommt es zu einer Kettenreaktion und ganze Landstriche, die Erde ist nuklear vernichtet worden. Damals während der Kubakrise 62 hat man es geschafft, den Kubanern klarzumachen, hör zu, 70 Seemeilen vor den USA Atomraketen aufzustellen. Ist einfach zu dicht. Ist einfach zu dicht. Ich dürfe das, aber ist einfach zu dicht und entweder gehört damit auf oder aber es könnte dann knallen. Ich weiß noch, das Weiße Haus war da damals wie heute abgehört, dass der damalige Präsident JFK, der ja auch die Schweinebuch zu verantworten hat, gesagt hat, das wäre ja so, wie wenn die Russen, wie wenn die Amerikaner ihre Raketen an der türkischen Grenze aufbauen würden. Worauf dann der damalige McNamara hat gesagt, wir haben unsere Raketen an der Grenze. Das heißt, was wir immer sehen, was in unseren Medien aber nie kommuniziert wird, ist, der Russe reagiert. Er agiert nicht. Das heißt, die Russen versuchen immer nur ihr Kernland zu beschützen. Der Russe hat seine Raketen erst auf Kuba stationiert, nachdem amerikanische Raketen in der Türkei stationiert werden. Das heißt, dieses klassische, wer hat denn angefangen? Der Westen fängt ständig an, weil er sich für überlegen hält und sagt, das, was ihr da habt, euer russisches Land, das gehört eigentlich uns. Also die Bodenschätze sind zu wichtig, sie den Russen zu überlassen. Das Öl ist zu wichtig, um sie den Arabern zu überlassen. Das ist eigentlich unseres. Und wenn ihr das nicht freiwillig tut, müssen wir es über List und Intrige machen. Was hat in der Ukraine 2014 nicht geklappt? Man hatte versucht, auch Leute zu bewaffnen, rechtsradikal, nicht rechtsradikal, Hauptsache um zu zündeln, damit der Russe reagiert. Wenn man sich die Ukraine anguckt, die Ukraine ist ja eigentlich russisches Kernland lange gewesen, dann durch Nationaldeutschland derart zerstört worden, dass die Russen das in den 50er Jahren das Land verschenkt haben, um es nicht renovieren zu müssen. Krim auch, ist ja alles absurd. Und jetzt denen auf die Tour zu kommen, mit der deutschen, russischen Geschichte mit 27 Millionen Toten und den Moralaposteln zu spielen, ist total absurd. Aber es geht darum, einen Sicherheitsabstand zu unterschreiten, um es zu einer Propagation kommen zu lassen, um einen Krisenherd entstehen zu lassen, wo die Züge nicht durchrollen. Darum geht es eigentlich nur. Dass da Menschen über die Klinge springen, die man benutzt oder die aus dem Gebiet nicht rauskommen, das ist leider so. Es ist ja immer dasselbe. Die sich aber in irgendeiner Weise instrumentalisieren lassen, um eine Art Sicherheit zu haben, um im Kopf das Chaos zu ordnen. Ich finde es traurig, dass in Deutschland oder in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt noch in Krieg gedacht wird. Eigentlich sollte man sagen, Krieg kommt überhaupt nicht mehr in Frage. Krieg mit Russland kommt auch überhaupt nicht mehr in Frage. Das machen wir einfach nicht. Aber sich dahingehend benutzen zu lassen, natürlich amerikanisch benutzen zu lassen, wir brauchen das wegen der Freiheit, obwohl man genau weiß, es geht gar nicht um Freiheit, es geht um Geopolitik. Das ist ein Zeichen von totaler Unbildung. Und interessant ist ja, wenn man dann immer von Embargo spricht. Wir leben in einer Welt, die total vernetzt ist. Ob wir das jetzt wollen oder nicht, das war ja immer bisher positiv, das war ja Globalisierung. 80 bis 90 Prozent der Energie, die in Deutschland verbraucht wird, ob du jetzt Öl nimmst oder ob du Gas nimmst, kommt aus Russland. Und Russland ist auch ein großer Verkäufer von Uran. Vieles des Urans landet übrigens in den USA und wird in amerikanischen Atomkraftwerken verbrannt, um zu Energie zu... Und die amerikanischen Atomkraftwerkbetreiber haben jetzt die eigene Regierung ersucht, Embargo, ja, aber bitte nicht für Uran. Da haben die gesagt, gut, das können wir ändern. Öl doch auch, ne? Öl wird doch auch in den USA verkauft und über Fracking kommt es zurück. Ja, zum Beispiel. Also anders zurück. Also die kaufen Billigöl ein und verkaufen das teure ist Frackingöl. Das ist alles Quatsch natürlich, aber das geht ja nur mit diesen Grünen, die so dumm sind, da fällt einem ja nichts mehr ein. Gut, die jetzt auch zur Kohle zurück wollen, ja, aus politischen Gründen, wo ich gesagt habe, aber ihr erfährt ja doch das Weltklima, wo ist eigentlich Greta? Das ist einfach nur noch Blödsinn. Aber was man eben nicht vergessen darf ist, wir sind ja aufeinander angewiesen. Die Eurasische Platte mit ihren Bodenschätzen und ihren Menschen, die dort wohnen, sind Teil der Weltwirtschaft. Wir müssen mit denen irgendwie anders klarkommen, als dass wir sie bekriegen, weil wir können einen solchen Krieg auf gar keinen Fall gewinnen. Ein Krieg gegen Russland, der dann größer werden würde, würde am Ende des Tages nuklear werden. Und ein nuklearer Krieg ist nicht zu gewinnen. So, das heißt, wir haben inzwischen ja, was muss man sich mal vorstellen, was an Sprengkraft auf diesem Planeten da ist, wir haben nuklear umgerechnet vier Tonnen Sprengstoff pro Person. Das muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn. Also wir haben 7,5, sagen wir mal, acht Milliarden Menschen. Pro Mensch haben wir vier Tonnen Sprengstoff im Keller und wir modernisieren Atomwaffen. Wir rüsten auf, jetzt Herr Scholz, wo ich nur denke, eine Menschheit, die auf der einen Seite alle fünf Sekunden ein Kind verhungern lässt, auf der anderen Seite vier Tonnen pro Person hat und dann noch Waffen aufrüstet und modelliert, die kann nicht die klügste, die klügste Spezies sein. Sich aber in diesen Strudel hineinziehen zu lassen, diese die Guten, diese die Bösen und eine Partei zu beziehen, ist alles absurd. Deswegen kann ich nur sagen, da hat Gandhi vollkommen recht gehabt, es gibt keinen Weg zum Frieden, der Frieden ist der Weg. Wer Waffen schickt, ist ein Statement, sonst könnt ihr ja Diplomaten schicken. Ich habe neulich getwittert, was haben Egon Bahr, Willy Brandt und Olaf Scholz gemeinsam, mir fällt es nicht ein. Also es hat ja auch nichts mehr mit Friedenspolitik der SPD zu tun. Wir sollten doch eigentlich mit der deutschen Geschichte gelernt haben, wir reden miteinander, auch wenn die andere Seite in vielen Punkten aus unserer Sicht eine Arschgeige ist. Wir reden mit denen, wir schicken keine Waffen, wir führen keine Kriege, kein Blutvergießen, weil da werden ja Kinder verheizt. Das sind ja keine Erwachsene, die dorthin gehen, das sind ja Kinder zwischen 19 und 24, die dann gegeneinander aufeinander schießen sollen. Ich weige mich, so etwas überhaupt gut zu finden oder sagen, manchmal muss man das machen. Der Zweite Weltkrieg hat doch gezeigt, dass man so etwas gar nicht machen sollte und dass wir das nie wiederholen sollten. Dass auf einmal das wieder schick und opportun ist und wie die Massenmedien auch die Bevölkerung im Griff haben und wie stark der Tiefenstaat wirkt, kann man daran erkennen, seit knapp zwei Jahren sind die allgemeinen Rechte in Deutschland stark eingeschränkt aufgrund von Corona und wenn du auf die Straße gehst mit mehr als zehn Leuten kommt die Polizei mit Wasserwerfer. Über Nacht gibt es da mittendrin mal hier Black Lives Matter Demos und jetzt sind tausende Menschen vom Brandenburger Tor und tun was für die Ukraine. Wo ich gesagt habe, was ist denn eigentlich mit den Abständen? Ist das nicht der neue Superspreader-Event? Kommen Sie zum nächsten Lockdown? Die Ukraine war auch immer Hochsicherheits-, Hochinzidenzgebiet auf einmal eben nicht. Das ist alles Quatsch. Das ist alles Lächerlich. Das ist alles Quatsch. Wo ich eben denke, Freunde, glaubt ihr eigentlich, und die Antwort kann ich beantworten, dass wir so doof sind, sage ich, viele von wir schon. Viele von wir sehen das im ZDF, ARD oder sonst wo und haben diese Schwarz-Weiß-Muster und da denke ich an den Leganzen, jetzt schon wieder der böse Mann-Frame. Der Putin ist ein Alleintäter, der macht alles alleine. Auf einmal haben wir Probleme mit Gewalt. Was Putin in der Ukraine macht, ist ganz klar, ist Gewalt. Aber seit wann haben wir Probleme mit Gewalt? Seit Afghanistan? Seit Ukraine? Seit Jugoslawien? Ja, Irak. Seit Irak? Also das ist doch unser Daily Business, aber unsere Haltung ist jetzt was anderes, weil das ist ja für die gute Sache. Das sagt er jetzt auch und das, was wir im Moment, das sagt sich Putin auch. Putin, ich meine, das hat Willi Wimmer oft gesagt, uns Deutschen fällt jetzt auf die Füße, dass wir 99 Jugoslawien mit bombardiert haben. Da haben wir das Völkerrecht gebrochen nach dem Zweiten Weltkrieg, das war Rot-Grün und darauf werden sich andere berufen. Das tun sie auch. Das war ein NATO-geführter Krieg. Das tun sie auch und das ist genau der Punkt. Wer einmal auf diese Art und Weise seine Werte verrät, der muss damit rechnen, dass früher oder später jemand anders kommt und sagt, das mache ich jetzt auch und dass das uns natürlich nicht passt, das ist klar. Nur eins ist ganz klar. Atombomben sind gefallen, als nur ein Land Atombomben hatte. USA, Hiroshima, Asahi. Inzwischen gibt es aber mehr Atommächte. Ein Krieg zu führen mit Atomwaffen oder mit einem Land, das Atomwaffen besitzt oder in einem Land, wo es Atomkraftwerke gibt. Ich will nur daran erinnern, es reicht ja im Grunde genommen nur zwei tragbare Raketen auf Tschernobyl. Dieses Defekt, dann ist hier Feierabend schon wieder. Das geht eigentlich nicht. Das kannst du eigentlich nicht machen. Da kann es keine Gewinner geben. Also überhaupt darüber zu diskutieren, zu sagen, wir schicken Waffen, also wir sorgen dafür, dass es eskaliert, ist vollkommen absurd. Und wir sollten also sagen, egal wie bescheuert wir die andere Seite finden, egal wie wir uns moralisch überlegen halten, wir müssen mit ihnen reden. Bedeutet eigentlich, dass wir nicht aus dem Rausgehen, wenn Lavrov reinkommt. Das sehen wir ja. Ich erinnere dich an Ruanda 1994. Genau. Völkermord. Die UN hat die Truppen rausgezogen. USA wusste Bescheid. Und danach hat das Gemetzel begonnen. Tutsi-Molizen damals, 800.000 Menschen sind umgebracht worden. Riesen-Völkermord. Hat keinen interessiert. Jetzt frage ich dich, was ist denn jetzt eigentlich anders? Haben die Leute nichts gelernt? Ich sage nur Irak. Weißt du, bei der Irakkrieg war eine Lüge. Colin-Paul hat die Logen. Die Koalition der Willigin unter Bush. Ich habe da keine irakische Fahnen in Berlin irgendwo gesehen, an irgendwelchen, oder jetzt bei meiner Tochter an der Schule, was da los ist. Nein. Die rennen alle rum. Nächste Woche müssen die in, gelb, blau, müssen die in die Schule. Heiko. Meine Tochter. Ja, Heiko, der Punkt ist, dass Menschen sich instrumentalisieren lassen. Warum? Die Welt ist inzwischen durch Medien so verwirrend geworden, so dass man irgendwie, wo sind denn die Guten, da möchte ich gerne dazu. Okay. Es heißt immer, A hat B den Krieg erklärt. Das ist natürlich Quatsch. Kein Volk hat je einem anderen Volk den Krieg erklärt. Es ist auch nicht so, dass ein Präsident dem anderen Präsidenten einen Krieg erklärt. Kein Präsident ist ein Einzeltäter. Natürlich ist das so, dass ein Putin nicht immer allein macht, sondern er hat natürlich auch seine Oligarchen, seine Familienbetriebe hinter ihm zu besagen. Also entweder, du vertrittst jetzt unsere Interessen oder wir tauschen dich aus. Macht auch der amerikanische Präsident. Nur, und auch der deutsche Präsident. Wir als Bevölkerung müssen uns sagen, sag mal, die da oben dauernd diese Dinge tun und dann unsere Kinder in die Kriege schicken, arbeiten die eigentlich für uns. Wie würden wir das denn eigentlich regeln? Wir würden doch mit russischen Nachbarn reden. Wenn du mit deinen Nachbarn Probleme hast, ob die jetzt aus Russland kommen oder sonst wo, dann nimmst du doch keine Waffe und schießt auf die. Du gehst drüber und sagst, hör zu, so geht das nicht. Du schießt dauernd immer in der Eifahrt. Das würdest du machen. So, und wenn das alles nicht klappt, kommt die Polizei und klärt das mit friedlichen Mitteln. Und wenn aber einer sich bewaffnen würde, landet er im Knast. Das ist die Sivilgesellschaft. Aber im großen Spiel gilt das eben immer nicht. Und da sollten wir als Bevölkerung eigentlich sagen, Entschuldigung, wir haben euch als Politiker eigentlich als Schiedsrichter eingestellt, damit das nie passiert. Jetzt fordert ihr uns auf, gewalttätig zu werden. Ihr spinnt. Mach ich nicht. Solange Bevölkerung sich aber derart instrumentalisieren lässt, manchmal muss man das eben tun, haben sie ja auch etwas vollkommen verloren. Und zwar zu erkennen, dass sie ja wertvoll sind. Weil wer soll denn in diesem Krieg für die Freiheit sterben? Ja, nicht Putin, auch nicht in amerikanischen Sprechen, auch nicht Herr Scholz. Wir gehen ja dahin. Und ich kann nur sagen, ich gehe nicht hin und ich würde auch meine Kinder nicht dorthin schicken. Was sollen denn meine Kinder an der russischen, ukrainischen Front? Andere russische Kinder erschießen? Würde ich niemals tun. Und wenn dir jemand sagt, du hast recht, aber wer soll das denn dann machen? Das ist so abstrakt, dass unsere Jungs gehen dann dahin und machen dann was. Die schießen andere Jungs über den Haufen, die von anderen dorthin geschickt wurden. Nee. Und das ist ein ganzes Mal, hey, spielt Schach oder geht Boxen oder so, aber wir schicken da keinen hin. Und am Ende des Tages ist es ja sowieso so, am Ende des Tages wird geredet. Wenn der Krieg vorbei ist und alles ist kaputt, dann gibt es irgendwie ein Waffenstil, dann wird geredet, dann reden wir am besten vorher. Nur man muss verstehen, Krieg ist halt auch ein Geschäft. Absolut. Und es gibt Leute, die sagen, wir werden erst dieses Geschäft abwickeln. Ich habe es ja noch nicht gefittert. Für die beiden Industrien, Pharmaindustrie und Rüstungsindustrie, geht es ja um Sicherheit und für die ist im Moment wirklich ein Bombengeschäft und jetzt müssten eigentlich nur noch die Banken gerettet werden. Dieses ganze System, dieses ganze Pyramidensystem funktioniert eben nicht. Es ist korrupt, aber es suggeriert den Menschen, dass diese Führung etwas für sie tut. Und wenn du sagst, das tut sie eben nicht, dann musst du anfangen, dir die Frage zu stellen, kann ich mich nicht selber besser führen, in kleineren Kreisen, die Verantwortung für mich selber benehmen. Kann ich Politik derart delegieren und es landet immer bei Irren, die früher oder später Krieg führen und das rechtfertigen. Und die Antwort ist, nein. Wenn ich aber mir eine solche Führung suche, wenn ich sie akzeptiere, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich verheizt werde. Und diese Leute, die ganz oben an der Pyramide sind, die geben sich dahingehend recht, wer als Schaf sich wie ein Schaf benehmt, der wird regelmäßig geschlachtet. Das ist auch gut so. Ich bin kein Schaf, ich benehme mich nicht so, ich nehme an so etwas nicht teil, aber, und damit komme ich auch zum Schluss, ich höre auf und ich habe aufgehört, an Schafe zu appellieren. Das wollte ich gerade sagen. Das war gerade mein Gedankengang. Seit zehn Jahren, du hast geniale Videos geredet, du hast die Brzezinski-Sache hoch und runter gepredigt, die Bücher von ihm, du hast die gezeigt in Videos, kann ich mich noch erinnern, als Empfehlung rausgegeben. Die einzige Weltmacht, ja. Ja, die hatten ja zehn Jahre Zeit, alles nachzulesen, was du gesagt hast. Ist es nicht langweilig, noch darüber zu reden? Also ich gucke seit über zehn Jahren gar kein Fernsehen mehr, ich kann es nicht ertragen. Ganz kurz, hatte, habe ich ein Video drüber gesprochen, vor kurzem so eine Eingebung, hat so ein Lied eingelegt bei mir, oben in meinem magischen Zimmer, aus der Jugendzeit-Kurzversion, habe mitgesungen, so laut gesungen, dass ich auch immer gemerkt habe, dass ich meinen Körper verlassen habe. Ich war in einem Zustand der Trang, es war aber nicht geplant und jetzt kommt es in diesen Zustand. Gab es keinen Krieg, gab es keine Probleme, gab es gar nichts. Warum singen wir nicht miteinander? Können wir machen. Weißt du, ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, den viele Menschen nicht verstehen, ist, wenn sie sich irgendeinem Narrativ anschließen, wo es einen bösen Mann gibt, da gibt es ein Motiv in ihn selbst. Für was ist Putin oder wer auch immer im Moment der Stellvertreter? Für eine Wut, die in dir drin ist und der Putin ist da so. Und was ist das wirkliche Motiv? Und ich habe meine Motive, warum ich was mache, sehr genau hinterfragt und bin dabei, es ist ja kein Prozess, der endet, das aufzulösen. Und deswegen, ich brauche kein Feindbild mehr, keine Ventilfunktion mehr außen, wo ich mich einspannen lasse. Ich sage, hey, die Probleme, die du theoretisch mit Putin, Biden oder wem auch immer hast, hast du die vielleicht mit deinem Vater, mit deinen Kindern, mit dir selber, bist du unzufrieden? Und wenn die Antwort darauf heißt, ich glaube schon, dann kümmere ich dich darum. Du kennst dich damit den Fingern, ich versage mit einem Finger auf, auf irgendjemand und drei. Genau, und das mache ich nicht mehr. Und da geht es einfach darum, sich dem zu stellen, wo die persönlichen Probleme in der Familie eigentlich sind und mit den Eltern. Und damit hat man so viel zu tun, dass man gar keine Zeit mehr hat, Menschen doof zu finden, über die schlecht zu reden, die wir ja gar nicht kennen. Ich kenne doch den Putin nicht. Ich kenne doch den Scholz nicht. Ich kenne die doch alle nicht. Ich habe genügend damit, mich selbst kennenzulernen. Ich habe dafür keine Zeit mehr, für diesen Quatsch. Du kannst dich auch philosophisch betrachten. Also diese Leute, die wir gerade genannt haben, wenn wir mit denen allen in einem Raum sitzen, atmen wir alle dieselbe Luft. Wir atmen sogar die Luft von dem ein, die er ausgeatmet hat. Also wir haben eine gewisse Verbindung. Meine Frage ist nur die, ich kenne ihn, Rebell, Ken Jebsen, wie er damals unterwegs war und die Leute haben dich bewundert bei Ken FM, Radio Fritz und so weiter. Hat es jetzt ein bisschen was mit dem Alter zu tun, dass du, man sagt ja, wenn man älter wird, wird man weiser. Also der Ken Jebsen, der mir jetzt gegenüber sitzt und der im Herbst noch hier war, ist ein anderer als den, den ich 2014 auf der Bühne gesehen habe. Das war passiert bei dir. Ich will es mal so ernst dezent sagen. Ich will es mal so sagen, es ist wie ein Baum, wenn du an die äußere Rinde kommst, gibt es die inneren Teile ja immer noch. Aber man wird älter, erfahrener Weiser und sieht eben auch, was man ändern kann, was man nicht mehr ändern kann. Und ich versuche einfach, meine Perspektive immer wieder zu variieren und sagen, was ist denn das alles? Und je älter man wird, desto mehr Lebenszeit hat man ja auch hinter sich. Irgendwann, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Irgendwann merkt man ja auch, dass das dem diese Wiederholungsschleifen zieht. Also jeder, der, was ich, 1933 geboren wird, der jetzt zum wiederholten Male sagt, der gähmt ja nur noch. Der sagt, wie lange willst du das noch machen? Meine Mutter ist fast 90. Wenn ich mich darüber mit der unterhalte, da sagt die, die legt sich eine klassische Platte auf. Die kann diesen Käse nicht mehr hören. Verstehe. Und das muss ich dafür 90 Jahre alt werden? Nee. Und ich habe mir halt gesagt, in den letzten Jahren, statt ständig an, mich mit einem Publikum zu befassen, was ich ja nicht wirklich kenne und an das zu appellieren und über Menschen zu sprechen, die ich auch nicht persönlich kenne, deren Verhalten kann ich einordnen, gibt es andere Möglichkeiten, wo ich friedlicher werden kann, wo ich einen Effekt tatsächlich spüre. Und es geht, indem ich viel weniger abstrakt in meinem Umfeld friedlich bin und Dinge anschiebe, wo ich ein Ergebnis sehe. Und das führt dann auch dazu, dass ich mich nicht mehr auf die Bühne stellen muss und wütend sein muss. Weil diese Wut kommt ja auch aus dem Frust dahingehend, sag mal, was kann doch nicht euer Ernst sein, was ihr da macht. Aber jemand, der von innen die Käfigtür zuhält, den kannst du nicht befreien. Aber jemand, der auch durch unser Schulsystem so gedrillt wurde, dass er permanent in Angst gehalten werden kann, den kannst du auch nicht von außen befreien. Das musst du von innen irgendwie leisten. Und ich habe inzwischen verstanden, dass jemand, der das eben von innen nicht leisten kann, der wird Opfer. Damit muss ich leben. Ich kann das nicht ändern. Und ich wollte das früher nicht wahrhaben. Das kann doch nicht sein, dass man Menschen auf die Art und Weise verführen kann und sie auf die Schlachtbank führen. Das ist leider so. Ob ich das jetzt gut oder schlecht finde und ich finde es nicht gut, ist unabhängig davon, ich habe nicht die Macht über andere Menschen. Ich kann nur appellieren. Aber es hat überhaupt keinen Sinn, pausieren zu gehen und sagen, warum machst du das denn? Ist ein Prozess gewesen. Wir hatten alle die Hoffnung. Ich gebe es dir selber zu. Damals bei 14. Wir waren auf den Bühnen. Dann kamen die großen Demos. Ja, das hast du ja alle lang weiter noch gemacht. Du warst irgendwie so im Plauen mal. Eine Woche vor mir hast du eine Rede gehalten. Ich war eine Woche danach. Also irgendwie waren da so ein paar Spuren, wo wir uns irgendwie so halb begegnet haben. Aber ich verstehe, ich spüre jetzt auch diese Variante. Entweder haust du weiter mal gegen die Wand. Dann hat aber mit Dummheit zu tun, weil irgendwann hast du blutige Hände. Oder ich sage, ich nehme mal die Tür und gehe mal einen anderen Weg, oder? Genau, also statt das Alte zu bekämpfen und mich an die Leute zu wenden, die in diesem System gefangen sind oder sich selbst gefangen halten, warum jetzt das ist eine andere Geschichte, an die wenden, um etwas Neues aufzubauen. Und da gibt es ja auch welche. Und da kann ich nur sagen, weil ich oft gefragt werde, das klingt ja zynisch oder frustriert, überhaupt nicht. Man muss sich mal vorstellen, in der ehemaligen DDR, in der ich ja, oder in der DDR, in der ich ja nie gelebt habe, wie viele Menschen waren damals so aktiv, dass sie auf die Straße gegangen sind, um diese Mauer endlich zum Fall zu bringen. Das waren jetzt nicht so viele. So, und da sind aber dann trotzdem ganz, ganz viele mitgegangen. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was wir auf den Straßen haben oder was wir auch in den Alternativen an Leuten haben, die ich jetzt mal als Resistanz bezeichnen möchte. Das sind doch viel mehr als damals bei der Resistanz. Die sehen wir nicht. Aber das System funktioniert so, zwei vor, eins zurück, zwei vor, eins zurück. Ich hoffe, dass die Menschen irgendwann es satt haben, sich regieren zu lassen. Und zwar durch solche Pappnasen. Und dann sagen, ich mache da einfach nicht mehr mit. Aber sie werden es dann tun, wenn der Entschluss in ihnen selber gereift ist. Wer unbedingt in einem Käfig leben möchte, der wird sich einen neuen suchen. Und ich belästige ihn gerade, indem ich die Tür aufmache. Der will da drin sein. Und ich kann nur sagen, das ist natürlich auch etwas, was eine philosophische Komponente hat. Nämlich keine Angst mehr zu haben, dass das Leben morgen sich selber regelt und nicht geregelt werden muss. Und dass am Ende der Tod steht. Und dass du keine Angst haben solltest vor dem Tod, sondern eher Angst vor einem nicht gelebten Leben. Und was soll denn dann morgen passieren? Was soll ich denn dann eigentlich machen? Und so weiter. Das wird dir schon einfallen. So sind wir als Kinder auch auf die Welt gekommen. Da haben wir auch nicht gedacht, als wir abends ins Bett gegangen sind. Oh Gott, ob mir morgen wieder einfallen, was ich spielen soll. Oh Gott, sondern wir haben gelebt. Dann werden wir dressiert und aufgezogen und leben ständig in der Angst, wie es denn morgen weitergeht. Es geht weiter. So. Und da bin ich zuversichtlich, dass immer mehr Menschen das erkennen. Vielleicht sind es auch nur drei Prozent. Und das reicht mir. Das reicht mir. Es ist eine Illusion zu glauben, dass die Menschheit, sage ich jetzt mal pauschal, immer schon in der Masse aufgeklärt gelebt hat. Das waren immer einige wenige, die ein selbstbestimmtes Leben gelebt haben. Das war immer schon so. Und ich selbst habe ja auch eine ganze Weile kein selbstbestimmtes Leben gelebt, weil ich gar nicht anders gedacht habe, sondern irgendwie meine Karriere geplant. Irgendwann hat es halt Klick gemacht. Warum auch immer gesagt, was ist das eigentlich? Ich bin sicher, dass es auch damals viele Leute gegeben haben, die appelliert haben. Es ist an mir halt vorübergegangen. Ich habe es nicht mitbekommen. So. Jetzt bekomme ich die Sachen mit, aber ich werde jetzt nicht über die, die eben ihren Weg gehen, weil sie in diesem Hamsterrad drin sind, schlecht reden, warum die alle so bescheuert sind. Sie sind an dem Punkt ihres Bewusstseins, wo sie sind. Das ist ihr Karma, das ist ihr Ding und ich bin einer anderen. Und es gibt ja auch welche, die weit, weit, viel weiter sind als wir, die sagen, es hat gar keinen Sinn, noch zu reden. Du solltest dich auf einen Stein setzen und meditieren. Das ist viel besser eigentlich. Auch richtig. Ich bin da noch nicht so weit. Aber ich bin auch nicht böse auf diejenigen, die einfach nicht verstehen wollen. Wer nicht verstehen will, will nicht verstehen. Macht nichts. Eine Frage an dich. Die Pandemie hat ja vieles verändert weltweit, hast du mitbekommen. Und ich stelle mir mal die Frage, gerade in diesen Ländern, deswegen habe ich ja hier die Buddha-Figuren, also in diesen buddhistischen Ländern. Du kannst auch nach Indien zu den Hindus rübergehen. Ich verstehe nicht, warum so viele Menschen sich dort auch in diesem Kevich mittlerweile befinden, wo sie aufgrund ihrer Religion ja sagen, die Reinkarnation ist einer der wichtigsten Eckpfeiler überhaupt dieser Religion. Also es geht weiter, Karma und so weiter. Warum muss ich mir denn eine Maske aufsetzen? Warum muss ich mich impfen lassen? So wie der Daya Lama. Und sagen, dann bin ich glücklich. Das passt nicht. Deswegen frage ich dich allen ernst. Stehen die nicht zu ihrer Religion in diesen Ländern? Erstens weiß ich ja gar nicht, wenn der Daya Lama sich hat impfen lassen oder sich hat impfen lassen. Das sagen mir ja die Medien. Das weiß ich ja gar nicht. Die haben ja irgendein Bild, das ist ja bekannt, der zeigt. Ja, das weiß ich nicht. Dann kann man ja auch mal sehen, wird der Daya Lama vielleicht auch benutzt? Von wem? Welches Land sollte der befreien? Und wer ist da der Gegner? Wie viel davon ist eigentlich, ohne dass er das weiß, die CIA-Politik? Weil man sagt, man kann den Daya Lama und Tibet gegen China positionieren. Alles Dinge, über die ich gar nicht mehr reden möchte. Wenn sich jemand impfen lassen möchte, soll er sich impfen lassen. Die meisten sind ideologisch geimpft. Das hat eh keinen Sinn. Wenn jemand eine Religion nur als Verpackung benutzt und glaubt, das wäre es, das ist es ja auch nicht. Das sieht man ja auch hier. Man kann, ich meine, du brauchst gar nicht zu denen gehen. Die katholische Kirche sagt, Impfen ist Liebe. Wo ich gesagt habe, würde Jesus Christus die Bergpredigt unter 2G-Regeln halten. Diese Frage bringt sich total aus dem Grund. wo ich sage, es hat keinen Sinn, darüber zu reden. Das ist einfach nur ein Zeichen, sagen, lächeln und einfach weggehen. Es ist eine neue Religion, aber das Problem ist, dass diese Religion aber alle anderen Religionen mittlerweile völlig mit eingenommen hat. Ja, aber Heiko, das ist der Zustand unserer Gesellschaft. Was ist passiert? Ich sage dir, was passiert ist. Das Verschwinden von Subkultur. Es gibt kaum noch einen Ort auf dieser Welt, wo nicht, sage ich mal, ideologisches Ketchup aufschlägt. Das kontaminiert alles. Deswegen sehen wir auch alle gleich aus, hören dieselben Sachen, denken dasselbe. Überall ist YouTube grob gesagt, Google, und knallt hier dasselbe rein. Alle beziehen sich auf dieselben Quellen. Wir haben eine Art in Armut. Das ist eben so. Wir haben einfach immer weniger Quellen und darauf beziehen wir uns. Wir samplen uns durch. Das ist das, was wir machen. Und zwar ideologisch, musikalisch, künstlerisch. Wir beziehen uns auf immer weniger Quellen. Im Grunde haben wir diese Suppe extrem verdünnt. Da ist ja nichts mehr drin. So, das kann man übertragen und auch so sehen, so ist das. Aber das muss man doch von außen erkennen. Und jetzt ist es vielleicht an der Zeit, sagen, ich glaube, egal ob es jetzt gut gemeint war oder wie es gemeint war, dass dieser Weg irgendwie nicht funktioniert. Aber da sind wir bei den Kree. Werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Aber erst wenn der letzte Baum, der letzte Fisch, eben ist noch nicht so. Muss kommen. Muss kommen. Aber weißt du, das Unangenehme an Überraschungen ist ja, dass du nicht damit gerechnet hast. Ich rechne damit. Mich überrascht das nicht, dass der letzte Baum weg ist. Nur bis dahin habe ich mein Leben gelebt, nicht auf Kosten anderer und sage eben, mich überrascht das nicht. Weil deswegen bin ich auch nicht enttäuscht. Ich bin da nicht enttäuscht von Person XY, dass der jetzt eben hat er noch so und jetzt macht, ich bin nicht enttäuscht von Reitschuster, von mir macht immer oder von Martin Stein. Ich bin nicht von enttäuscht. Weil das sind keine Idole für mich. Der sagt das. Da denke ich, das ist schön. Dann ist es mein Mann. Das ist nicht mein Mann. Der sagt das. Und jetzt sagt er was anderes. Da hätte ich erwartet, dass er, das ist nicht mein Mann. Und deswegen, ich gucke das auch nicht an. Hast du das bekommen, was der gesagt hat? Habe ich nicht mitbekommen. Warum? Ich habe was Besseres zu tun, als ins Netz zu gehen, was der, den ich da gut finde, da noch sagt, damit mein Tag gut läuft. Das tue ich nicht. Sondern ich stehe morgens auf, mache mir einen Kaffee, das Wetter ist schön, mein Knie tut dich weh, der Tag ist gut an. So. Und dann denke ich selbstständig und ich rede nur ganz wenig mit Leuten darüber Politik. Die meisten sind sowieso überfordert. Sehr gut, sehr gut. Ja. Und leider muss ich dazu sagen, nicht gebildet genug. Es ist aber unfair, meinen Standpunkt zu bilden. Weil wenn man sich den ganzen Tag auch beruflich mit Politik auseinandersetzt, da kannst du nicht erwarten, dass die anderen mitgehen. Das ist wie, ich höre gerne Klaviermusik und jetzt treffe ich Lang Lang und der spielt besser als nicht. Ja. Und wenn ich da nicht so spiele, ist der enttäuscht von mir. Das ist doch Quatsch. Ja. Und deswegen ist alles super. Ich gucke mir das an. Es ist ein großes, gut gemachtes 3D-Grafik mit lauter Irren auf diesem Platz. Und das ist nicht mein Spiel. Ich steige aus diesem Spiel aus, indem ich mir das nicht mehr antue. Und dann anders. Gehe in die Natur, in den Wald, kannst du auch in Deutschland noch machen, da gibt es weder Corona, noch Russen, noch Putin, noch Scholz. Da ist schöne Tiere, super, da ist alles in Ordnung. Und durch die Medien ist der Irrsinn in deinem Kopf. Schalte den Quatsch ab. Und dann anders. Ich mache jetzt immer einen Test mit Leuten. Vielleicht kennst du das auch, wenn du jetzt Leute anrufst. Oder wie geht es dir? Ja, schlimm, alle ganz schlimm in der Welt. Das, 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 das. Dann sag ich mal zu denen, wo stehst du denn gerade? Da bei mir im Haus. Wo denn da? Obere Etage. Was siehst du denn da? Was willst du damit sagen, Ukraine? Sag mir da, was siehst du, wenn du jetzt rausguckst? Ein Baum. Ist da irgendeiner, der gerade umgebracht wurde? Ist da irgendetwas? Die sind ja gar nicht mehr drin. Die sind nicht mehr Präsenz. Genau. Und in Präsenz kommen die Präsente des Lebens natürlich auch. Die können ja niemals kommen, wenn die gar nicht da sind. Gut, jetzt kann man sagen, man kann doch nicht so abstrakt leben und so. Man muss doch wissen, was los ist. Okay. Aber was ändert es an deinem Leben, wenn du das jetzt weißt? Genau. Hat das irgendeinen Impact auf Scholz, Putin, auch wer immer, wenn du das jetzt weißt? Nein. Nur auf dein Leben. Du fühlst dich schlecht. Aber wenn man sich schlecht fühlt, ist man eigentlich nicht so gut geeignet, etwas zu verändern, sondern verkriecht man sich. Ich gucke mir das nicht mehr an. Warum auch? Guck mal, ich sehe jetzt in den Medien oder was da gerade publiziert wird, nichts, wo ich denke, oh, das habe ich jetzt aber noch nie gesehen. Das ist im Grunde nur immer McDonalds. Jetzt sind gerade wieder russische Wochen. So what? Ich kann, es ist Gän. Einfach Gän. Vorher waren es afghanische Wochen, dann waren es irakische Wochen, dann waren es eben jemen Wochen. Es ist nicht mein Laden. Ich gehe da nicht hin. Ich esse das nicht. Ich habe das satt. Aber es darf das geben. Es darf diesen Drive-In geben, aber ich fahre halt nicht rein. Okay. Jetzt erzähl mir ein bisschen was darüber, was mir mein Partner erzählt hat, von diesem, wie du über die 432 Hertz gesprochen hast. Wie bist du darauf gekommen? Wie siehst du das? Erzähl mal deine Story dazu. Meine Story dazu ist relativ simpel. Nada Brahma, die Welt des Klangs. Ich bin ja Walder-Schüler und ich bin ja ein großer Musikfreak und Musikfan. Ich bin immer schon in einem anderen Zustand dahingehend gewesen, in dem ich die richtige Musik möglichst laut gehört habe, um sie mit dem Bauch zu hören. Das ist für mich etwas Intuitives, wo ich gemerkt habe, das, was ich später gelesen habe, das kenne ich. Ich habe diese Erfahrung gemacht und wir sind alle Schwingungen. Das hat ja später auch Dürr gesagt, was das Leben ist. Beziehung, Schwingung. Das ist das. Das ist so ein Schüler von Heisenberg. Genau, also wir werden niemals in Worten erklären können, was das wirklich ist, weil dafür ist die Sprache nicht geeignet dazu, weil wir uns immer festlegen. Und das ist ja eine nicht enden wollende Unschärfentheorie. Auch das ist ja letztlich eine Metapher. Ich nehme die Dinge, wie sie sind, ich nehme sie an und freue mich über die aktuelle Deutung. Aber ich habe davon natürlich nur maximal eine Ahnung. Aber ich weiß auch, das ist eine Botschaft, in welcher Schwingung ich mich befinde, in welchem Schwingungsbereich ich mit Menschen treffe, dass man da stimmt einfach die Chemie. Wir haben solche Wörter dafür und so. Und da freue ich mich darüber, dass es jede Menge Menschen gibt, mit denen die Chemie stimmt. Und die stimmt am meisten mit Leuten, die losgelassen haben, in irgendeiner Weise Recht haben zu wollen oder ihren Standpunkt vertreten haben zu wollen. Das ist auch eine Form von Krieg. Lass doch einfach los. Lass los. Nimm, wie es ist. Nimm es an, wie es ist. Und tu dir selbst einen Gefallen. Nimm dein eigenes Leben auf gar keinen Fall persönlich. Weißt du, es nützt nichts, wenn man ein ganzer dahingehend zitiert, du bist nicht deine Gefühle, du bist nicht deine Gedanken. Und dann tut man immer so, als wenn es nur um das Ich geht. Ich bin mit Jonathan Mese gut befreundet. Und ich treffe ihn regelmäßig. Und wie gesagt, die wollen alle nur ihr Ich an die Macht bringen. Was ist denn dein Ich eigentlich? Was bist denn du eigentlich, wenn du tot bist oder wenn du im Bett liegst und du woanders bist? Bist du dann dein Hardware oder bist du deine Software? Bist du doch nicht. Was bist du denn? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber ich bin, wenn ich mich als Laptop bezeichne, weder die Hardware noch die Software, sondern ich bin die Cloud. Ich bin Teil einer Cloud. Nur wir benehmen uns wie Laptops und der Laptop behauptet, die Hardware, die Software, wäre der Computer, wäre die Intelligenz. Und ich kann nur sagen, die Intelligenz befindet sich außerhalb des Laptops und die Intelligenz des Menschen befindet sich außerhalb des Menschen. Darauf vertraue ich. Ich ist hier Trennung. Wenn du dich befasst mit den großen Mysterienschulen in der Geschichte, also gehst zurück zu Pythagoras beispielsweise, einer der größten, es war es ein Esoteriker seiner Zeit gewesen. Oder du gehst rein zu den Rosenkreuzern, zu den Essenern, wo Jesus wahrscheinlich dazugehört hat. Das allererste war dort, das Ich wegzulassen. Weil das Ich trennt immer Ich, Ich, Du. Gibt es kein Ich, da ist eine andere Ebene schon zwischen uns da. Gut, weißt du, ich finde das eine sehr interessante Diskussion. Was ist eigentlich der Benefit des Menschen als Teil der Natur? Der Benefit des Menschen ist das Ich. Der Mensch hat ja die Möglichkeit, dass er den ganzen Tag mit sich selbst zusammen ist. Das verstehen ja viele gar nicht. Ich ist ja nur ein Wort. Ja, du buchst ein Leben. Du willst Heiko Schrank sein, du bist den ganzen Tag Heiko Schrank und erlebst alles extrem egoistisch aus der Heiko Schrank-Perspektive. Immer. Das ist das Ich. Aber es ist nur eine Rolle. Und es gilt zu verstehen, dass es nur eine Rolle ist und das nicht damit zu verwechseln, dass man dasselbe ist. Also Bruce Willis glaubt nicht, dass er der Typ ist, auch stirbt langsam. Er ist bloß eine Rolle. Und wir fangen aber irgendwann an zu denken, dass wir das wirklich sind. Während du hier als Mensch lebst, hast du ein Ich. Aber du bist nicht das Ich. Du spielst dieses Ich. Du hast diese individuelle Perspektive gewählt und die wirst du irgendwann wieder abgeben, weil du kommst aus einem anderen Bereich. Ich weiß gar nicht, ob du den als Wir bezeichnen kannst. Aber der eben kein Ich ist. Und deswegen, das ist ja alles schön und gut. Aber den Zustand gibt es gar nicht. Dieser Bereich, glaube ich jedenfalls dran, über den wir gerade reden, da gibt es gar kein Wort. Manche nennen das jetzt Gott oder Manitou oder Allah. Aber eigentlich kannst du das überhaupt gar nicht rüberbringen. Im Endeffekt, wenn du Waldorfschüler warst und dich mit Dürr und Quantenphysik befasse, weißt ja letztendlich, dass wir ja gar nicht durch die Augen gucken. Das erste Retina ist ja im Gehirn. Alles, was wir erleben, ist eine Interpretation unseres Ichs. Du siehst aus, aber die Frage ist, wer ist der Beobachter? Ich bin irgendwann mal reingegangen, habe mich mit Orschu auch auseinandergesetzt. Ich fand es spannend zu sagen, du beobachtest jetzt was. Okay, das können wir alle sagen. Ja, ich beobachte das. Das ist meine Gedanken. Ich beobachte die. Wer ist denn jetzt der Beobachter des Beobachters? Du kannst ja der Beobachter des Beobachters sein. Ja. Verstehst du, da kommst du viel weiter. Also ich hätte mich mit Orschu sehr gerne unterhalten. Mich sehr gerne unterhalten. Supermann. Und Orschu, überlegt man, Orschu hat ja nun seine Sannyasin gehabt und bei Orschu in seinem Ashram damals in Indien, da waren Gedenkstellen von Jodo Krishnamurti. Da habe ich Gänsehaut bekommen, als ich die gesehen habe. Undenkbar. Man würde sagen, Sektenführer machten, also so, als ich von Ken Jebsen hier ein Bild dran machen würde. Also, Krishnamurti geht dann noch ein Stück weiter und er hat selber gesagt, Orschu, die haben sich bei der Nier getroffen. Und er hat sich nie live kennengelernt. Aber ich weiß, also Osho hat viele Lehren, würde ich damit sagen, übernommen von Krishnamurti. Weißt du, was ich viel schlimmer finde? Also ich Ken Jebsen eingegeben habe noch vor zwei Jahren. Das Yoga-Video kommt zwei Millionen Aufrufe, okay? Wenn ich jetzt eingebe, Pickel ausdrücken, kommt zehn Millionen Aufrufe. Gebt mal Jodo Krishnamurti ein. 500, 800 Aufrufe. Das sagt alles über das Bewusstsein der Menschen. Ja, weißt du, aber ich bin in so weit längst, ich gebe das ja gar nicht mehr ein. Sehr gut. Warum soll ich mich da noch, warum soll ich da etwas suchen, was ich im Grunde schon, wie innerlich besteht? Weißt du, ich will kein Recht haben. Will ich nicht, sondern ich versuche einfach, das, was ich mir wünsche, wie ich mir die Erde wünsche, was ein individueller Wunsch ist, das dahingehend umzusetzen, indem ich das selber lebe und die Leute suche und die Leute, die mich finden, die so ähnlich sind. Und das ist friedlich. Du kennst, wir haben eine Menge Bekannte gemeinsam, die sitzen irgendwo am See und denken, das Leben ist schön. Und warum? Weil es auch mal so sein kann, du hast zum Beispiel ein Kind, das ist schwerstbehindert, du weißt von Anfang an, das wird in den nächsten zehn Jahren gepflegt und es wird sterben. Das macht ja was mit dir. Und ich brauche aber nicht unbedingt das behinderte Kind, ich betrachte das behinderte Kind in mir. Sehr weiß. Und sag einfach, hey, es gibt eigentlich keinen Grund, sich groß zu beschweren, weil wir haben jetzt Glück gehabt, wir sind weiße Männer und sind im Westen groß geworden. Auf uns ist nie geschossen worden, das warst du einfach aus der Leitung, als weißer Mann bist du privilegiert. Das kann dich anders treffen. Ich sage nicht, dass ich das gut finde, sondern du könntest eine schwarze Frau sein, irgendwo in Zentralafrika, die nach der Pfeife von irgendjemandem tanzen muss. Das ist nicht bei uns so. Was machst du daraus? Und wenn man immer nur darüber lamentiert, was man an mangelnden Möglichkeiten hat, dann muss man sagen, gibt es auch Leute, die wesentlich weniger Möglichkeit haben und andere was anderes daraus gemacht haben. Und ich denke da sehr positiv, vielleicht ist es naiv, aber vielleicht muss man naiv sein, um positiv zu sein. Also ich habe mir neulich auf Netflix eine Doku angeguckt von diesem verrückten Typen, der gesagt hat, der sich vorgenommen hat, er möchte gerne 14, die 14 Achttausender möchte er gerne besteigen in sieben Monaten. Der ist jetzt gar kein großer Bergsteiger gewesen. Der ist schon ein bisschen berggestiegen, war auch mal so in kurzer Zeit Elite-Soldat bei den Briten. Aber jetzt ist es nicht so ein Rein und Messner, der Tag und Nacht nichts anderes gemacht hat. Und der hat es aber durchgezogen. Warum? Er hat am Ende übrigens seine Bude verkauft, um dieses ganzen Wahnsinn zu finanzieren. Einfach die Macht des Möglichen. Und der Typ ist aber happy. Eigentlich ist er lustig. Und er hat auch vorher da getrunken und Party gemacht, hat es trotzdem gemacht. So, und hat es mit Sauerstoffgerät gemacht, aber er hat einfach die Macht des Möglichen. Und ich glaube, dass die Menschen vielleicht viel mehr bei allem Wahn sagen, genieß doch mal dein Leben. Das Leben ist doch eigentlich schön. Warum soll ich irgendwo hinfahren, in einen Ort, wo Leute wohnen, die ich nicht kenne, die ich aber gehörte, die doof und mir die Fresse polieren. Das ist doch Quatsch. Genieß dein Leben. Hör auf, irgendwelches Zeug zu machen, was zu Schmerzen behandeln führt. Mach was zusammen. Und einigt euch auf das, was ihr zusammen machen könnt, was euch eint. Und redet nicht den ganzen Tag darüber, was euch nicht eint. Und trefft euch mit anderen, um gemeinsam sich irgendwo hinzubegeben, um dann jemanden zu verprügeln, weil der Sachen macht, die eigentlich mit eurem Leben nichts zu tun hat. Macht doch mal das. Dass viele Leute das eben nicht tun und sich permanent einspannen lassen, aber nicht nur im Ukraine-Krieg, sondern Bayern München gegen 1860, BMW gegen Mercedes, das ist ja alles dasselbe. Das zeigt eine große, die Ventilfunktion ist durch unser System implementiert. Ich brauche, ich muss meine Wut rauslassen. Aber woher kommt denn eigentlich die Unzufriedenheit und die Wut? Über was bin ich denn unzufrieden eigentlich? Das ist doch etwas in mir, aber nicht nur in mir, sondern es hat etwas mit meinem Leben zu tun. Denn ohne Putin waren es die Nicht-Geimpften. Davor waren es die Flüchtlinge. Es wird immer einen geben in so einem System, der der Buhmann sein muss, der Sündenbock. Okay, das ist immer dasselbe. Und die Frage ist doch, ist das normal oder nicht? Hat ein Säugling das Bedürfnis nach Sündenbock? Nein. Nein. Ab wann ist in unserem System, ein Kind braucht es einen Sündenbock, wenn es zum Opfer gemacht wird und getreten wird? Wann ist denn das? Das geht doch noch weiter. Guck dir kleine Kinder an, so bis zwei Jahren, wenn die miteinander spielen, habe ich bei meinen Kindern noch verachtet, dass ein jüdisches Kind, sagt man, schwarzes Kind, ein deutsches Kind wirst du nie erleben, dass diese sagen, also die können ja manchmal noch nicht mal sprechen, mit denen spiele ich quasi jetzt nicht, von der Körpersprache her. Weil der Arzt aufsieht. Aber irgendwann kommen die Eltern und sagen, nee, das ist ein jüdisches Kind, das ist ein Moslem, du spielst nicht mit dem, dem. Warum? Weil aus dem und dem und den Gründen. Da entsteht ja schon diese Teilung. Aber da sind wir genau dabei. Und das ist das große, im Grunde ist es simpel, dass das bei Kindern funktioniert, ist ja nicht aus einer intellektuellen Überzeugung, weil man kommt nicht als Intellektueller auf die Welt, sondern als Emotionen. Kinder sind emotional und nicht intellektuell. Es funktioniert, weil ab einem gewissen Zeitpunkt erkennt Kinder, dass Eltern umschalten, ab jetzt gibt es nur noch Liebe gegen eine definierte Leistung. Ja und? Also mal auf kleine Kinder, der kleine Ken, wo du sprechen könntest, hat er gesagt, Ken will ein Eis haben, Ken hat Hunger. Aber ab dem Moment, wo Ken gesagt hat, ich habe Hunger, da hat das Problem schon begonnen. Die Teilung. Ich habe Hunger. Du hast ja vorher, wenn du vor Ken rangehst, ist es ja so, dass die, ich glaube, ich weiß nicht mal, bis zum dritten Monat ungefähr, sehen die kleinen Baby alles als Einheit. Bis zum dritten Lebensjahr. Das ist alles eine Einheit um sie herum. Das ist keine Verbindung. Da ist jetzt der Nachbar, da ist der und irgendwann weicht sich das alles auf. Heiko, aber das hat damit zu tun, ab sofort, ab einem gewissen Zeitpunkt gibt es Liebe nur noch gegen Bedingungen. Wenn du nach der Pfeife deiner Eltern tanzt, kriegst du Liebe. Das Schlimmste, was bei uns passiert war, dass dann deine Mutter mit dir dann mal zwei Tage nicht geredet hat. Das war viel schlimmer, wie sein Eis nicht bekommen. Und dann merkst du einfach, du kannst alleine nicht, du bist Teil einer sozialen Gemeinschaft. Das ist einfach so. Und dieses Teil einer sozialen Gesellschaft sein müssen, weil man muss schon sehr tough sein, um drei Jahre alleine in der Höhle sitzen zu können. Das können wir nicht. Das macht dich erpressbar. Und so funktioniert das alles. Du kannst, du erpresst die Leute dadurch, bei dir mitzuspielen, indem du sie sonst sozial ausgrenzt. Rufmord, raus aus das Instagram. Einfach, du darfst hier nicht mehr mitspielen. Du bist dann alleine. Und ich habe eben gelernt, schon von ganz früh, dass ich sehr gut, sehr lange alleine sein kann. Das kann ich sehr, sehr gut. Und mich kannst du auch drei Jahre in der Wüste aussetzen, ja, und sagen, bis ich einknicke. Ich werde, ich bin, was das eine so tough, ich werde nie zu Dingen Ja sagen, die ich ideologisch nicht vertrete, nur um zu einer Gruppe dazuzugehören, die alle gestört sind. Feinig. So, und dann, dann lieber früher Schluss. Aber das werde ich nie machen. Da ist mein Ehrenkodex von mir selber zu hoch, als ich bei diesen Pappnasen anschließe. Mache ich eben nicht. Aber das ist natürlich so, das hat mit meiner Biografie zu tun. Ich bin da hart im Nehmen. Ich sage nicht, dass ich das empfehle. Weil die Schule dorthin ist eher unangenehm. Nur jetzt nehme ich das mit. Jetzt kann ich wenigstens dahingehend abschöpfen. Dann finden dich aber ganz viele Leute blöd. Die kenne ich doch gar nicht. Aber sollten wir sich alle die Frage stellen, gerade in diesem Zusammenhang, dass man, wer bin ich? Wer bin ich denn? Wer bin ich denn, wenn mein Bankkonto weg ist? Wer bin ich denn, wenn mein Haus weg ist, weil es mir weggenommen wird? Weil es verstatistisch wird? Wer bin ich denn, wenn mein Gold, weil der irgendwo eingegraben hat, Ich sage dir, wer ich dann bin. Wer bin ich? Frei. Ja klar, dann siehst du, frei. Was ist damals passiert bei der Weltwirtschaftskrise, bei den ganzen Börsianern? Du weißt selber, wie sie schwarzer Freitag und so weiter, wie viele Leute Selbstmord gemacht haben? Weil sie waren ihr Auto, sie waren ihr Haus, sie waren ihr Bankkonto. Aber ich hatte mit Samuel Eckert am Montag ein Interview gemacht, kennst du sicherlich, ne? Der ist ja der Meinung, die harte Zeit kommt noch, die steht noch vor uns. Ja, ja. Wenn man sich in seinen Materiellen darüber definiert, was man besitzt, das ist ganz einfach, weil es ist ja auch schön, was zu haben, weil es schafft ja eine Unabhängigkeit. Dann wird es schwierig, wenn man dir das wegnimmt. Also ein klassisches Beispiel, was vielleicht viele nachvollziehen können. Es gab Zeiten, da hatten wir noch keinen Führerschein und seine Freunde hat man alle zu Fuß erreicht. Und in dem Moment, wo man ein Auto bekommt und jemand nimmt das Auto weg, kann man seine Freunde nicht mehr erreichen. Weil die wohnen alle da, wo man nur mit dem Auto hin kann. Nee, früher wäre man auch hingelaufen, wenn es regnet. Heute, nee, das macht man eben nicht. Und das ist eben das. Ich versuche immer wieder, so spartanisch wie möglich, mich runterzubringen, mit ganz, ganz wenig von H nach B zu kommen. Um nie zu vergessen, du bist ja ohne das alles gekommen. Und du wirst auch ohne das alles gehen. Und das Schöne daran ist, dann musst du improvisieren. Das Leben ist Improvisation. Aber Eigentum selber ist natürlich auch wie eine große Ketchup-Soße, die dich so einlullt. Und wo man sich mehr daran erinnern kann, wie man früher gelebt hat, als man das alles nicht hatte. Und an einem gewissen Status ist es eben so, dass der Status dich hat. Besitzt du den Besitz oder besitzt der Besitz dich? Ja, Klassiker. Und am Ende, was ich unterhalte, mich mit meinem Sohn jetzt wieder darüber unterhalten. Was zählt am Ende? Nur Zeit mit Menschen, die du kennst und die du magst. Beziehung. Das ist alles, was am Ende zählt. Ob jemand, der mit dir zusammen sein möchte, das tut, weil er dich mag oder weil du aus irgendeinem Grund benutzt wirst. Darum geht es. Menschen brauchen Beziehungen, die echt sind. Jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin jetzt mal ganz direkt, werde ich mal direkt, also angreifen verbal. Ich kenne viele Sachen von dir, wie du sprichst, machst, tust. Ich habe aber ein Wort noch niemals aus deinem Mund gehört. Weißt du, welches Wort das ist? Bruder Sozialprodukt. Das ist ja verstanden. Linke Hirnhälfte. Nee, ist das Wort Liebe. Das wusste ich, dass du das sagen würdest. War mir klar. Aber mit den Leuten, es wird sich schlimm. In unserer Gesellschaft wurde zur Seite geschoben, Liebe ist eigentlich Sexualität für die meisten. Hat damit nichts zu tun. Aber es gibt Leute, ob es ein Osho ist und wie auch immer. Osho hat ja in seinen Büchern sogar Liebe, die er als bedingungslose Liebe meinte, über Gott gestellt. Liebe sogar noch über Gott. Nicht umgedreht. Deswegen, Frau, was ist für dich Liebe? Die Worte, die ich benutze, um das zu erklären, was Liebe ist, sind falsch. Super Antwort. Ich kann, also das ist, das ist immer ein Käfig und Liebe hat eben Käfig zu tun. Du hast recht, ja, klar. So ist falsch. Ich kann nur sagen, was man, wenn man die Osho unterhalten wollte. Es gibt Liebe zu Menschen, also zu einer Frau oder zu einem Mann, ist eine andere Art von Liebe, wie eine Liebe zu einem Kind, eine Liebe zu einem Zustand, eine Liebe zu Musik, eine Liebe zum Gefühl. Ich liebe ein, liebe sehr, ein friedliches Gefühl, wenn ich nach einer längeren Motorradtour irgendwo ankomme und da sind viele andere Menschen, die auch das gerade hinter sich haben. Man sitzt da und denkt, so wie es ist, ist gut. Ich glaube, der Zustand, das ist so, wie du schon sagst, das ist gut von mir. Ich glaube, alles, was man darüber sagt, über den eigentlichen Zustand, den wahrscheinlich auch schon meint, das funktioniert nicht. Jedes Sagen, jedes Denken, weil wir begrenzt sind, ist zeitlos und ohne irgendeine Grenze. Das ist gar nicht vorhanden. Also es ist eine Lehre, obwohl Lehre laut Laotze nichts ist alles, alles ist nichts. Also irgendwie, es ist irgendwie so ein Zustand, der aber nicht beschreibbar ist. Also ich will es mal so sagen, ich war vor ein paar Monaten, bin ich nach Jugoslawien gefahren, das ist eben in Jugoslawien und da habe ich einen Vater gesehen, der hat mit seinem Sohn dahingehend gespielt, dass er dem Rollerfahren beibringen wollte. Der Sohn war vielleicht so drei Jahre alt und den Vater habe ich gemerkt, der hatte noch andere Kinder, der war sehr müde, schwerst genervt und wir sind ja nicht müde. Und irgendwann ist mein Sohn, der ein bisschen älter ist, hingegangen und hat ihm das beigebracht. Schön. Weil der einfach eine Kompetenz für hat, wo ich dachte, wow, super Kompetenz. Der sprach mit dem natürlich nicht in seiner Landessprache, aber es war vollkommen klar und der hat sich auch ihm, so und habe ich gemerkt. Und das hat der Vater gesehen. Der Vater hatte gesehen, dass da zwischen meinem Sohn und seinem Sohn etwas passiert und er hat zu mir rüber geguckt. Und wir haben beide gemerkt, das, was die beiden können, das können wir beide nicht. und die kennen sich, weil wir uns im Grunde alle kennen, im Grunde auch so ist es und das ist Liebe. Das fand ich super, ein super Moment. Jetzt überlege ich immer, ein guter Freund von mir, einer meiner besten sagt im Vorfeld, ich sage, hast du einen Wunsch an Ken, was ich es ihm sagen soll? Da sagt er, hat Ken doch einen positiven Ausblick. Siehst du, wie siehst du das? Also kannst du was Positives auch rüber geben für die Menschen? Auf jeden Fall. Du hast es schon eine Menge gerade rübergebracht. Es geht weiter. Ja? Das ist schon eine Aussage. Es geht immer weiter. So. Wir sind in einem Zustand, wo man manchmal denkt, sind sie alle bekloppt? Die gab es immer wieder, diese Zustände. Es geht weiter. Es ist eine Welle. Auf, ab, auf, ab. Und wo du jetzt auf der Welle stehst, bestimmst du selbst. Das ist das Schöne daran. Glaubst du das wirklich? Ja, ja. Warum? Sonst könnte ich ja gleich aus dem Fenster springen. Du kannst ja die Nullpunkttheorie, die sagt, dass eigentlich alles vorhanden ist. Immer. Du bestimmst den Zustand auch mit, wie du auf etwas guckst. Ja, aber jetzt Kausalität hier sitzt. Dass du sagst, okay, wir leben auf dem Plan des freien Willens. Das ist ja die Hauptlehre. Und aufgrund des freien Willens kann ich selbst eine Entscheidung treffen. Aber es gibt Leute, die sagen, okay, es ist alles schon vorhanden. Das bedeutet, Elvis lebt noch, Kennedy, alles ist noch vorhanden, wenn du da reingehst in diese Ebene. Also es vorbestimmt alles. In allen Bereichen. Und wenn wir das so betrachten können, würde ich nicht sagen, dass etwas vorbestimmt ist, sondern es gibt alle Möglichkeiten, jeden Tag zu jeder Zeit überall. Soweit bin ich noch nicht. Also ich habe jetzt nicht, der Typ sagt, ich komme gerade von einer Astralreise, ich habe mich gerade mit X getroffen. Das ist nicht der Fall. Aber der Punkt ist einfach, das zu denken ist für mich ja schon sexy. Und wenn ich eben merke, dass die Gedanken, die ich von anderen übernehme aus den Nachrichten nur negativ für mich sind, ich kann aber auch was ganz anderes, mich an einen ganz anderen Zustand bringen, dann ist es ja nur ein Zustand. Mein Zustand wird ja auch von mir, als wäre es so ist es. Ich habe jetzt gerade, was ich in ZDF gesehen, so ist jetzt die Welt Deutschland ganz schwierig. Ich könnte in einem ganz anderen, auch in einem ganz anderen Zustand sein. Der Zustand hat mit dem, was ist, nichts zu tun. Es ist immer eine Form mit der Betrachtungsweise. Und ich wähle mir heute meine Perspektive dahin, gehe ich selber aus, indem ich sage, die Perspektive, die mir angeboten wird, macht mich nur kaputt, fertig und unfähig mit anderen Leuten, mit denen ich eigentlich reden müsste, zu reden, weil die sind ja die Falschen, habe ich gerade mitbekommen. Die Perspektive ist eben, ich wähle eine Perspektive, in der alle Optionen offen sind. Ich kann sogar mit denen reden, die Arschgeigen sind. Weil in dem Moment, wo ich das sage, bin ich ja selbst eine Arschgeige. Um jemand anders als Arschgeige definieren zu können, muss man selbst wissen, was Arschgeige ist, woher eigentlich. Das kann man nur von sich selbst kennen. Und ich mache das nicht, das ist einfach Quatsch. Ich glaube, ich wäre ein guter Zwischenhändler. Glaube ich. Weil es geht darum, du musst, du solltest, du musst und tust du gar nichts, außer sterben, oder das darfst du ja. Versuch mal Verständnis aufzubringen für die andere Perspektive. Und da bin ich immer bei dem Spruch, der bei mir an der Wand hängt, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Dann mach das doch auch mal. Änder mal die Richtung. Meinst du mich oder meinst du grundsätzlich die Leute? Generell. Also, ändere mal die Richtung. Versuch mal eine andere Perspektive zu sehen. Verständnis sagen, warum. Das heißt nicht, dass du das nur gut finden musst, sondern einfach nur, so kann man es auch sehen. Und wenn du dann dieses Verständnis hast, das führt automatisch zu mehr Frieden, weil du sagst, okay, ich verstehe den jetzt. Das heißt nicht, dass ich das gut heiße. Und dadurch, das ist so, funktioniert eigentlich unser Rechtssystem auch. Wenn jemand etwas Schlimmes getan hat, versuche ich das Motiv zu verstehen, damit sich das nicht wiederholt. Das heißt nicht, dass das ungeschehen ist, sondern ich vergesse das nicht, aber ich muss auch verzeihen können. Ich muss auch demütig sein, weil Menschen sind nicht absichtlich böse. Und das ist ja immer kurios, wir wollen ja aber nur eine Seite haben, aber weil du sagst demütig, die Gegenseite von Demut ist Mut. Aber wir wollen mutig sein, wir wollen nicht demütig sein. Wir wollen nur lachen, aber wir wollen nicht weinen. Aber deswegen kommen wir aus diesem Schlamassel, aus meiner Sicht nicht heraus. Wir leben nun mal in einer Dualität, in einer Zweiheit. Du kannst nicht nur einatmen, du musst auch ausatmen. Wie willst du denn überhaupt wissen, was Krieg ist, wenn du nicht weißt, was Frieden ist? Ich glaube nicht, dass man Krieg erlebt haben muss, um zu wissen, was Krieg ist. Das reicht, wenn man Eltern hat. Da weiß man im Grunde auch schon, was Krieg ist. Nein, grundsätzlich. Ich muss doch wissen, was Krankheit ist, wenn ich, also ich muss wissen, was Gesundheit ist, wenn ich weiß, was Krankheit ist. Das ist mal der zweite Part. Der Mensch hat doch ein unglaubliches Vorstellungsvermögen. Meinst du wirklich? Ja, ja. Aber es gibt viele Leute, die sind der Meinung auch, du kannst nur das als Wirklichkeitsebene wahrnehmen, auch in der Quantenquise geht es teilweise um, Quantenmechanik, was als Möglichkeit von dir im Geiste vorhanden ist. Das heißt also, du wirst, manche Leute sehen bestimmte Dinge gar nicht, wo wir sagen, okay, die sind trotzdem vorhanden, weil sie in Resonanz damit sind. Das hat aber etwas zu tun mit einer Bewusstseinsebene. War das nicht, ein deutscher Liedermacher, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, Danzer, glaube ich, der hat gesungen, die wahren Abenteuer sind im Kopf und wenn sie da nicht sind, dann sind sie nirgendwo. Karl May hat nie die USA betreten, hat aber das mit seiner Fantasie alles beschrieben und daran, glaube ich. Ich glaube, dass es, ich sage ich mal, globale und ich meine, dass es gesamte Schöpfung Tools gibt, die uns zur Verfügung stehen, die im weitesten Sinne künstlerisch sind. Da gehört die Fantasie dazu. Musik, all das Schöpfung, ich denke, Alter, es ist doch alles da. Das, was du sprichst, kannst du oft sogar wörtlich nehmen. Der Glaube kann Berge versetzen. Wenn das wirklich stimmt, dann liegt es nur daran, dass ich es, wenn ich es nicht kann, dass ich es noch nicht kann, weil ich mich noch nicht darauf eingelassen habe. Dann kann ich auch in einer ganz friedlichen Welt leben, weil die Welt, die ich jetzt kenne, mit der Ukraine und dem Bösen, ist vielleicht die Welt, die nur in meinem Kopf existiert. Ich bin vielleicht in der Welt gefangen, die ich mir vorstellen kann. Könnte ich mir eine friedlichere Welt vorstellen, wäre ich in einer friedlicheren Welt. Kennst du diesen Film? Ich weiß leider den Namen nicht. Ich bin noch nicht so gut drauf. Square oder so. Hieß der mit Sharon Stone, Morgan Freeman, Dustin Hoffmann. Da ging es darum, dass die mit so einer Art U-Boot, der hat eigentlich nur unter Wasser gespielt. Mitte der 90er Jahre kam der raus. Kennst du diesen Film? Ich kenne das Boot. Okay. Und da gibt es diese super Szene, Boot ist nicht zu halten. Ich wollte eines hinaus, weil vielleicht für die Zuschauer nicht von Interesse ist. Also ganz kurz, da ging es darum, wenn ich kurzer läutern darf, hat man mit Gedanken zu tun. Also diese drei Protagonisten spielen dann mit. Irgendwann gehen die Leute raus. Also im Boot schwimmen die quasi und da passieren immer schreckliche Sachen. Also als Beispiel, ein Hai frisst den auf, dann kommt unten eine Schlange und dies und das. Aber jetzt kommt es. Alle haben festgestellt, dass sie eine Gemeinsamheit hatten. Da war so eine goldene Kugel unter, ich weiß nicht, tausend Meter Tiefe und alle haben die berührt und jeder, der die berührt hat, ist quasi umgekommen, okay? Und irgendwann kommen die zur Erkenntnis, das kommt das Entscheidende, dass du über deine Gedanken genau das anziehst, an was du glaubst. Also das heißt, wenn ich die Kugel berühre und möchte jetzt in Amerika sein, in New York, dann sitze ich jetzt sofort in New York, okay? Oder auf deinem Motorrad. Und zum Schluss haben die drei da gestanden. Das Ende des Films haben sich die Hände so gereicht und haben sich geschworen, dass dieses goldene Ding zerstört werden muss und wir nicht mit keinem Menschen darüber reden, weil die Menschheit nicht reif dafür ist. Und da sind wir genau bei dem, was Jesus immer sagt, euch geschehe nach eurem Glauben. Also du hast ja recht. Du hast gerade gesagt, naja, wenn es so ist, ja es ist so. Warum machen wir es dann eigentlich nicht? Warum gucken die Leute sich diesen Müll an? Warum lassen die sich jeden Tag den Müll einmal ausladen, direkt ins Gehirn reingehen und fühlen sich eigentlich noch schlecht? Und nach mehr bitte, noch mehr. Warum? Also das, was wir hier im, der Fernseher hat ja schon seine Berechtigung für die, die ihn einsetzen als Waffe und so. Die Internation funktioniert auch. Wir vermitteln der Masse unsere eine Perspektive und in dieser einen Perspektive, in der einen Blickrichtung ist der Rest eben einfach nicht mehr da. Also kannst du dir nicht vorwerfen, Entschuldigung, dass sie so handeln. Sie sehen durch den Fernrohr und das Bild davor ist definiert, das Polaroid mit den schrecklichen Dingen. Genau. Ich gucke da nicht durch, weil das ist ein Bild von Leuten, die wollen, dass ich dieses Bild habe, um nach diesem Bild zu agieren. Mache ich nicht. So. Ich habe da eine gesunde Respektlosigkeit, weil ich nie Autoritäten kennengelernt habe. Also meine Eltern waren keine. Also hatte ich nie Angst, dass mir Autoritäten mich fallen lassen. Ich war immer schon fallgelassen. Das macht mir, ich bin aber schwerelos da im Raum. Deswegen macht mir das nichts aus. Ich bin da angstfrei. Es ist eigentlich heiter. Wie einfach das geht, dass Intellektuelle, sogenannte Intellektuelle, über diese Stöckchen springen, weil Intellektuelle auch in einem Pyramidensystem lieb gehabt werden wollen von den anderen Intellektuellen. Das habe ich nicht. Aber ich bin denen auch gar nicht böse. Ich bin auch nicht mehr wütend darüber, wie könnt ihr das tun? Die tun das, was sie tun. Ich kann dem zuschauen, auch das mache ich nicht mehr. Es ist Zeitverschwendung. Ich mache etwas, wo ich viel freier agieren kann und ich treffe auch nur noch Leute, die viel freier agieren. Wo kommen die denn alle her? Die waren immer schon da. Die habe ich noch nicht gesehen. So, die treffe ich jetzt und was macht ihr da? Was Positives. Super. Neue Projekte, was viele Leute mal natürlich wissen, Ken Jebsen, wie geht es weiter bei dir? Willst du darüber sprechen? Ja, ja, will ich sprechen drüber. Da gibt es ja nur gute News. Jetzt sind wir. Also ich habe ja gesagt, nachdem ich mit Ken FM aufgehört habe und das übergeben habe an eine Redaktion, die Apollut heißt, Apollut.net und das eigenständig macht, ohne dass ich da irgendwas noch tue. Ich bin technisch manchmal beratend tätig, indem ich sage, ich würde es mit der Kamera nehmen oder den Ton nehmen. Mehr mache ich da nicht, weil ich daran glaube, dass freie Presse auch ohne mich auskommt und das, was wir dort an Geist versucht haben zu lehren, dass das auch ohne mich getragen werden kann. Danke an alle, die das finanziell unterstützen, weil ohne das geht es eben nicht, aber einfach, es geht darum, dass da Leute zu Wort kommen, die woanders nicht zu Wort kommen, die müssen auch nicht meiner Meinung sein, sondern die sollen ihre Meinung haben, aber es soll authentisch sein und da sollen wir sich auch ruhig kloppen. Das ist einfach eine Auseinandersetzung, wie in einer Demokratie in jeder Familie das Übliche sein soll, ohne Zensur. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte eigentlich etwas anderes tun, das hat auch was mit Räumlichkeit zu tun. Ich möchte all denjenigen, die keine Möglichkeiten haben, noch heute Räumlichkeiten zu mieten, weil die werden sofort gekündigt, weil die denken die falschen Sachen, denen einen Raum anbieten, wo die sich treffen können, um einfach aufeinander zu treffen. Weil Homeoffice ist schön, aber in Real Life ist es was Schöneres. Und das nannte ich den Campus. Die Idee war, das habe ich damals gesagt, der Campus wird in einem deutschsprachigen Land stattfinden, in Deutschland ist es nicht und die Schweiz ist es auch nicht. Da bleiben nicht mehr so viele Länder. Da war ja Österreich der Fall. Das Ding war quasi schon von unserem Architekten durchgeplant. Das Gelände hatten wir zur Verfügung gestellt bekommen, dann kam aber Österreich mit einem sehr merkwürdigen Kurs am Ende mit der Impfpflicht. Und für mich war das eben so, dass ich gesagt habe, okay, dieses Land kommt für mich dahingehend nicht mehr in Frage, weil dann hätte ich ja in dieses Land oder in diesen Campus nur Geimpfte reinlassen müssen und dieser Staat hätte mir dann eben die Maske aufgedrückt. Also das ist das Gegenteil von dem, was ich möchte. Ich möchte, dass die Leute frei entscheiden und wenn die freie Entscheidung praktisch vom Staat kassiert wird, dann nützt mir der Campus auch nichts. So, also habe ich gesagt, okay, ich fange nicht bei null an, weil ich behalte meinen Architekten, aber der Rest und meine Überzeugung, aber ich muss in ein anderes Land ausweichen. So, und ich bin inzwischen in den letzten Wochen und Monaten sehr viel rumgefahren und kann so viel sagen, wir werden in ein Land gehen, was von Berlin aus gesehen wesentlich weniger weit weg ist als Österreich. Es ist ein Land, was sich in der Geschichte oder eine Region, die sich in der Geschichte, wenn es dunkel wurde, dahingehend immer positiv gezeigt hat, indem man einfach die Flagge der Demokratie und des liberalen Denkens hochgehalten hat. Ich nenne mal den Raum Skandinavien. Skandinavien ist groß und dort werden wir den Campus errichten. Das Schöne daran ist, dass wir ihn dort gar nicht unbedingt bauen müssen, sondern es gibt dort ja auch die Möglichkeit, bereits etwas zu erwerben, was es gibt und dann anzubauen. So, also eine Halle anzubauen an etwas, was es schon gibt. Das ist dann Nachhaltigkeit mit etwas Mischen, wo man Studios einbauen kann. Das wird passieren. Da sind wir gerade dabei. Ich komme auch gerade von da. Alles ganz wunderbar. Ist natürlich auch immer wieder mit Logistik und Bürokratie und so verbunden, aber wir werden es hinkriegen. Es läuft auch alles, wird dann auch bekannt gegeben, weil es muss ja auch wieder durch User oder sollte durch User finanziert werden. Aber der entscheidende Punkt ist, dass ich gesagt habe, dieser Raum ist ja, den brauche ich ja nicht privat. Den braucht auch absolut privat nicht, aber die Friedensbewegung könnte einen solchen Raum brauchen. Das, was damals in der DDR die Kirchen waren. So ein Raum, wo Menschen sich treffen können, um dort Dinge zu besprechen, Vorträge zu halten und wir bieten dann als Campus die Möglichkeit an, das technisch abzunehmen, dass man das streamen kann oder auf Chips packen kann. Das ist das, was wir anbieten und das wird in diesem Jahr mit großen Schritten realisiert. Ich schätze, nächstes Jahr ist es spätestens fertig. Und dann wird es bekannt gegeben, publiziert, wo ich sage, hier ist das. Wenn ihr euch da treffen wollt und dort Events machen wollt und dort längere Symposien machen wollt, ist das total super. Muss übrigens auch nie nur gesprochenes Wort sein. Vielleicht wäre es mal wieder gut für ein kleines Konzert. Und das Schöne dort ist, anders als in Österreich, wo ich in einem Gebiet war, was relativ eng war, dass ich dort eben, das ist das Schöne, einfach auch viel Natur habe. Das heißt, da kann man auch nach dem Event vor dem Campusgebäude sitzen und hat einfach viel Natur und denkt, das ist ja hier schön. Und das wird die Leute auf eine Ideen bringen, weil es ist viel mehr in der Natur. Also ich habe mir versprochen, dass ich das machen werde. Ich werde es eben auch machen. Das ist praktisch mein, das, was ich an die Community, die friedlich ist und friedlich übergeben werde. Und ich glaube, dass es so kommen soll. Ich habe dort dann, wir haben dort insgesamt, weil es ja eine Gemeinschaft, ich bin ja kein Alleintäter, ich habe ja Partner. Es ist dort viel mehr Natur und ich merke eben einfach, das tut wirklich gut. Es ist nicht nur viel mehr Natur. Der entscheidende Punkt ist, es gibt dort wesentlich weniger Zivilisation. Denn da, wo ich vorher war, war viel Tourismus, auch viel Zivilisation, all das und so. Und hier ist eben so, es ist viel mehr Natur. Lass dich darauf ein. Wenn du dorthin fährst, solltest du dich entscheiden, dann zwei, drei Tage zu bleiben, weil dafür ist es nicht zentral genug gelegen, obwohl es zentral gelegen ist. Aber lass dich mal darauf ein. Du kannst aber später dann nach dem Event mit dem Referenten draußen am Lagerfeuer sitzen und in den Sternenhimmel angucken, sagen und eben auch privat mal näher kommen. Und diese Möglichkeit wollte ich haben. Du kannst da dann theoretisch auch unterkommen. Es gibt auch um die Ecke ein kleines Städtchen, wo du wohnen kannst. Aber einfach dich darauf einlassen, sagen und da hänge ich noch einen Urlaub hier in der Gegend an. Genau. Lass dich mal darauf ein, in der Natur Dinge zu erleben, andere Menschen zu erleben, andere Gedanken zu erleben oder auch Sichtweisen von Menschen zu erleben. Das sehe ich jetzt aber ganz anders. Das ist super. Mach das mal. Und das ist ein, der Campus gehört sich selbst. Der ist eine Stiftung. So, das übergebe ich. Da werde auch ich auch mal einen Vortrag halten. Aber es geht vor allem darum, wir haben 365 Jahre im Tag und dann haben wir noch 365 Nächte. Da ist viel möglich. Ich möchte auch die Nachbarn mit einziehen, einbeziehen. Ich habe ja mal auch ein Jazz Festival gegründet. Da sollte viel mehr wieder Musik stattfinden oder zum Beispiel Theater, Kino. All diese Dinge, die uns auch ausmachen. Weil wir bestehen ja nicht nur aus den Nachrichten und Geopolitik. Eben nicht so. Und darum geht es. Und ich glaube daran, dass das eine gute Idee generell ist. Und dass es jetzt nicht hat, nicht Österreich geworden ist, sondern woanders hinkommt, ist nur gut. Es ist, man denkt, jetzt habe ich alles vorbereitet, alles gesucht, alles geplant. Und jetzt weiß ich nicht, ja, das Leben hat da, an den Strecke, da bist du viel besser aufgehoben. Das ist gut. Sollte es so sein. Das ist gut. Das ist gut. Und ich werde das kommunizieren, wenn wir kurz vor Zündung sind. Weil vorher kommen ja die Falschen und stören dich. Lässt sich aber nicht aufhalten. Und wir haben aber dort auch eine mobile Einheit. Das ist ganz wichtig. Also eine mobile Einheit dahingehend, dass wir, wenn woanders ein campusähnlicher Event stattfindet, dass wir dort mit dem Truck vorbeifahren können, mit der technischen Tool sagen, das übertragen wir von dort. Das lerne ich also im ganzen Wahnsinn, das mobil sein. Ich bin der Reporter, eine gute Sache ist. Wir haben da eine Location, wo man viele Sachen machen kann. Aber wir haben eine technisch mobile Einheit. Wenn irgendwo jemand sagt, wir haben übrigens einen super geilen Friedens-Event, drei Wochen auf Malta, da komme ich vorbei und mache dann den Campus dort. Und dazu kommt natürlich auch noch ein digitaler Campus, weil der Witz bei der Angelegenheit ist, du wirst nie eine so große Halle bauen können, in der die gesamte Friedensbewegung Platz hat. Das heißt, jemand hält einen Vortrag, da sind meinetwegen 300 Leute und dann gucken noch 5000 Leute gestreamt zu. Und zwar über eigene Server, eigene Tools, unabschaltbar. Das werden wir machen. Ob wir damit die große Veränderung erreichen, das glaube ich nicht. Aber wir erreichen die, die wir erreichen können. Die meisten Menschen, die nicht erreicht werden wollen, nicht erreicht werden können, werden das, was sie tun, auch weiterhin tun. Aber die, die das gerne sehen wollen, die teilwerden wollen, aber nicht physisch vorbeikommen können, die sollen das angucken können und jemand, der sagt, ich möchte aber vorbeikommen, soll auch das tun können. Also ich biete die Möglichkeit an, sodass niemand sagen kann, es war ja unmöglich, daran teilzunehmen. Die Möglichkeit wird es geben, das ist das Komplexe daran, weil du weißt ja, heutzutage werden uns die Netze nicht gehören. Du brauchst also unabhängige Server, unabhängige Tools, damit du nicht abgeschaltet wirst. Aber dann mache ich mir keine Illusion. Wir werden immer nur eine Minderheit von Leuten interessieren, die sagen, ich habe verstanden, was du mir sagen willst. Ich soll mich um mich selber kümmern. Ich soll für mein Leben selber verantworten, übernehmen. Aber was ich ihnen zeigen möchte, ist, du bist mit dem, was du möchtest und nicht alleine. Es gibt eine Menge Menschen, die ähnlich ticken wie du. Und es gibt eine Menge interessante Menschen, die du gar nicht kennst. Und wenn die hier auf der Bühne stehen und du bist vor Ort und triffst den oder du bist woanders und kannst dem zuschauen und später im Chat dabei sein, das bereichert dann eben dahingehend, dass du sagst, wow, das sollst du denken am Ende. Super. Wow, das Leben hat immer wieder Dinge parat, wo ich denke, wow. Und das ist, ich möchte Wow-Momente schaffen, wo Leute sagen, das Leben ist eigentlich schon schön. Weil das ist die Grundvoraussetzung und doch was ändern zu wollen. Und dann können. Dass man das Leben nicht nur scheiße findet, zu sagen, der Typ hat mich beeindruckt oder die Frau hat mich beeindruckt. Und darum geht's. Das ist eine super Idee und ich glaube, das wird eine große Sache, weil viele Menschen das auch haben möchten. In diesem Sinne, lieber Kern, bedanke ich mich, dass du Zeit hattest, vorbeizukommen. Wir sind schon zu Ende, oder was? Ja, klar. Vielen herzlichen Dank. Oder hast du noch ein Schlusswort zu sagen? Kein Problem. Also wir sind uns eigentlich durch. Nein, ich finde, dass es jetzt gerade interessant wird. Also der Punkt ist ja, ich darf dich jetzt mal was fragen. Gerne. Okay. Wir haben uns ja noch gar nicht über Glauben oder was wirklich Unterhaltendem sind. Bist du denn eigentlich nicht enttäuscht von dem, was sich hier abspielt? Die Frau hat mich dir von eigentlich gestellt. Bist du nicht enttäuscht von dem? Ende der Täuschung, ja. Da ist eine Enttäuschung dabei, auf jeden Fall. Und gefrustet? Nö, nicht gefrustet. Aber hättest du dir nicht gewünscht, mit dem, was du die letzten Jahre machst, mehr zu bewegen? Ich hatte so eine Metapher, ja, auf jeden Fall. Ich hatte so eine Metapher, meinen Geschäftspartner gerade gestern erzählt, da mussten sie sich tot lachen. Aber ich sage, natürlich. Wir haben uns damals kennengelernt, nochmal jetzt bei den Montagsmahnwachen, ich war voller Enthusiasmus, hab Bücher erschrieben, wie du weißt, Jahrhundertlüge 1. Besonders schwer fällt mir das natürlich, in der Jahrhundertlüge habe ich ein Kapitel, der Ukraine-Konflikt heißt das Kapitel. Und wenn du das aufschlägst, ich gucke ja nicht jeden Tag meine Bücher, habe ich gerade gemacht, letzte Woche, musste feststellen, ist ja 1 zu 1, was jetzt gerade abläuft, steht in meinem eigenen Buch. Hat einen Nachteil, Buch ist gerade kurz vorm Ausverkauf, weil ich habe einfach nur das Kapitel kopiert mal im Netz, so sind die Menschen, die haben es jetzt bestellt. Aber um deine Frage zu beantworten, ich habe gedacht, wir reißen mehr, ich will ehrlich zu, auch bei den großen Demos. Am 1.8. stand ich auf der Bühne, da war ein mega Gefühl, wir können das Leben nicht vergessen, offiziell waren ja nur 17.500 da. Das war 18.000. Sah zwar genauso aus, wie bei der Love Parade, wo eine Million da war, aber egal, ich stand oben, habe wirklich an alle Seiten geschaut und da gebe ich dir wirklich recht, da ist eine gewisse Enttäuschung, jetzt kommen wir zu meiner Metapher und ich habe mir gedacht, ich komme mir langsam so vor, müsst ihr vorstellen, das ist Lagerfeuer, ist so groß wie so ein Osterfeuer, der Lügen, Manipulation der Medien und Heiko Schrang steht da mit einer kleinen Plastikpistole aus einem Überraschungsei und will dieses Feuer löschen, habe ich immer probiert jetzt, zehn Jahre lang, dieses Feuer ist auch wie zu löschen, aber da kommt kein Strahl raus, der trippelt eigentlich nur noch so drei Tropfen raus und da habe ich jetzt entschieden, dass ich die Pistole einfach nur wegschmeiße. Also es ist das letzte bisschen Enttäuschung und deswegen über andere Dinge, also was ich meine, Musik, ich singe jetzt selber, mache noch mehr Meditation, gehe noch mehr in die Natur. Gestern, ich kann von gestern sprechen, ein Ort an der Ostsee, ich bin ja oft in Polen, wissen ja auch viele Leute, da habe ich irgendwo so eine Treppe gefunden in so einen Bergen, ich habe die sogar durchgezählt, nämlich 112 Stufen hatte die gehabt und ich bin ja relativ schwer, wie du weißt und es ist nicht so einfach, 112 Stufen hochzulaufen und ich bin da, ich versuche zu, also ich bin hier ran, da bin nur bis zur Hälfte gekommen, habe dann so angeguckt, lange Rede kurz, ich habe das fünfmal hintereinander gemacht, das war so ein Glückszustand, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich habe dem, ich musste so kämpfen, um überhaupt da hochzukommen, du warst voll an der frischen Luft, an der Ostsee und das ist mir wichtiger, um das jetzt zu sagen, als weiter mit meiner Spritzpistole jetzt die nächsten zehn Jahre da zu stehen und zu hoffen, dass dieses große Feuer sich erübrigt. Ist die Frage damit beantwortet oder nicht? Ist beantwortet und ich glaube, es hat aber auch damit zu tun, dass man irgendwann vielleicht auch erkennen, wie viel von dem, was man erwartet hat, hat er auch mit persönlichen Eitelkeiten dahingeht und ich habe das erreicht. Im Grunde erreichen wir nichts, dahingehend, dass das, was sie auf irgendwelchen Bühnen sagen, noch nie gesagt wurde. Ja, ist alles schon gesagt worden. Und für mich gehört auch ein wesentlicher Punkt, warum ich viel besser drauf bin als früher. Ich habe mich ja von der Medienpersönlichkeit Ken Jebsen getrennt. Hier sitzt der Keman so wie Sie, er warst. Die Medienpersönlichkeit, Ken Jebsen, diese Kunstfigur, die medial gearbeitet hat, hat jetzt schon so gemacht und im Rahmen ihrer Möglichkeiten das gemacht. Aber ich meine, der Herr Craig, der jetzt nicht mehr James Bond spielt, der ist ja auch nicht enttäuscht davon, dass James Bond nicht das erreicht hat. Im Rahmen von dem, was James Bond im Drehbuch erreichen sollte, hat er es gemacht. Aber der Herr Craig macht jetzt was anderes. Sehr gut. Vielleicht macht er jetzt einen Kindergarten auf. Und deswegen, ich bin auch davon frei, dass Keman so wie Sie, der so eine Medienpersönlichkeit gar nicht sein wird, mindestens das leisten muss, was Ken Jebsen geleistet hat. Die Figur ist aufgegeben. Sehr gut. Und ich kann jetzt viel mehr das machen, was mir wichtig ist und das hat mit Medien nur bedingt zu tun. Ich mache natürlich meinen eigenen Kanal, der wird dieses Jahr wieder kommen, der heißt aber eben Sophisticated und da geht es vor allem auch um ganz andere Dinge als Geopolitik, sondern um Dinge, die schön sind, die funktionieren. Wir reden auch über Politik, aber eher mit so ein bisschen lustig, was sie da wieder treiben. Aber das ist nicht mehr unser Hauptfokus, sondern gucken, was es alles Positives gibt. Wir wissen eben nur, wie du fährst eine schöne Bergstraße entlang und du weißt aber, du musst aufpassen, auf der Straße bleiben, weil da geht es runter. Aber ich konzipiere nicht, oh Gott, es geht gleich runter. Wenn du auf deiner Spur bleibst, als Motorradfahrer weiß man das, geht es da eben runter und du weißt genau, wie man in die Kurve bremst und wenn du arrogant bist nach dem Motto, das kann mir alles egal sein, ich kann fahren wie ein Beserker, ich kann auch nachts das Licht aufmachen, dann fliegst du also eben runter. Aber dazu fehlt mir die Dummheit um etwa sowas zu machen. Du musst Grenzen akzeptieren, dann verschwinden sie für dich. Wenn du mit dem Kopf durch die Wand willst, kriegst du bloß die Beule, die Wand ist kaputt. Das mache ich nicht mehr. Deswegen habe ich eine große Gelassenheit, weil ich weiß, das Schöne daran ist ja, mein Leben ist ja Gott sei Dank endlich. Ich habe Kinder, das ist toll, die denken, wow. Und ich werde am Ende, wenn das große Licht angeht, denken, boah, das war echt spannend gemacht, aber es ist nur eine Form der Fiktion und ich darf das, was ich da draußen erlebe, nicht mit dem verwechseln, was es ist. Und ich darf vor allem nicht sagen, das, was ich sehe, ist das, was es ist. Das ist was anderes. Und mein Bewusstsein ist immer eine Interpretation davon. Und ich bin nicht meine Gefühle, ich bin nicht meine Gedanken, sondern ich bin was anderes. Und das habe ich gebucht. Ich habe ein Kino gebucht, was Spannendes gebucht. und wenn ich möchte, dass die Welt eine andere ist, dann muss ich anfangen, die Welt anders zu betrachten. Das ist eine wichtige Betrachtungsweise, wenn du sagst, wir alle waren ja irgendwann mal, wenn man jetzt die Reinkarnation in Betracht zieht, in ein Buchungsbüro. Genau. Wir sind reingegangen, so wie man damals in eine Videothek gegangen ist, wie man stets mal in Western sehen, holst du einen Western, wenn du einen Pornofilmen sehen willst. Willst du einen Porno, bist du ein Pornostar oder holst du einen James-Bond-Film. Aber letztendlich verstehen viele das nicht. Das glaube ich aber, weil du gerade fandest, mag ich sehr diese Gelassenheit jetzt bei dir. Damals war ja auch eine gewisse Anspannung bei uns allen ja da, dass du mir auch die Frage stellst, kann ich verstehen. Aber gut, ich will damit nur sagen, wir haben es gebucht, einen gewissen Film. Und wenn du aber feststellst, du bist nicht der Akteur dieses Filmes und schaffst, die Distanz zu sehen, dann ist das okay. Jetzt haben wir ein bisschen, mein Format ist nicht so lang, aber du bist ja dabei, du bist ja jetzt im Redeschwall, aber es ist nett, wenn du sagst, willst du da weiterreden. Ich bin eigentlich so weit durch. Vielleicht die 432 Herz nochmal für die Leute, die sagen, die haben da irgendwas reingeschmissen. Wollen wir dazu nochmal was sagen oder meinst du, sollen sie selber recherchieren? Nein, sag du das, was du dazu sagen möchtest. Ich weiß nicht, was du dir gesagt hast, ich habe die Sendung nicht gesehen, wo du bei den Rappern warst. Also ich bin ja da nicht in die Tiefe dazu gegangen, weil es gibt viele Dinge, über die kann man reden, aber die meisten Dinge, die wirklich relevant sind, muss man erfahren. Darum geht es genau dabei. Und deswegen ist es eben so, ich kann nur sagen, ich bin ja jemand, der als Reporter viel reist. Ich bin viel unterwegs, sehr spartanisch unterwegs und lasse mich auf das ein, was Straße ist. Das ist für mich das, warum ich auch Motorrad fahre. Da wirst du mit dem Ganzen eins, du kriegst die Elemente, das alles eben mit. Okay, du verbrennst Benzin, was nicht so witzig ist, aber es geht im Moment nicht anders. Aber es hat auch, macht etwas mit dir. Und wenn ich dann irgendwo ankomme, da komme ich so platt und trotzdem gut drauf an, weil darum geht es im Leben. Und der entscheidende Punkt ist einfach, das muss man verstehen, es geht nur um Zeit. Es geht nur darum, was wir mit Menschen, die wir treffen, wie wir mit denen in Kommunikation sind. Und ich kann extrem gut mit Leuten, mit denen ich mich nicht verbal unterhalten kann, weil die Sprache dazu gar nicht beherrscht. Es gibt drei Weltsprachen, die kann ich. Liebe, Musik, Humor. Damit bin ich überall durchgekommen. Super. Und die Menschen sind überall auf der Welt wahnsinnig gastfreundlich. Wahnsinnig. Und deswegen, wenn du dich immer nur mit Bad News auflädst, dann wird dein Weltbild negativ. So, lass das und dann wirst du feststellen, es gibt auch ein paar negative Dinge im Leben und ein paar Arschgeigen. Aber im Grunde genommen ist es ganz, ganz wenige Menschen. Und deswegen, jemand, der aber dich so bürsten möchte, der möchte, dass du nur seine Weltbild übernimmst, der will dich praktisch auflädt, wie so ein Stier mit so einem Tuch will er dich scharf machen. Geh gar nicht ganz in so eine Arena. Sondern lass dich auf etwas ein, was unbekannt ist und glaub mal, im Grunde genommen, und nicht nur im Grunde genommen, ist es so, dafür, was alles Schlimmes passieren kann, passiert recht wenig. Dafür, dass du die meisten Menschen nicht kennst, sind unglaublich viele Leute wahnsinnig nett zu dir, wenn du Probleme hast und Hilfe brauchst, obwohl die dich gar nicht kennen. So ist der Mensch wirklich. Versuche, ein solcher Mensch zu sein. Jetzt noch was, 432, oder soll ich übernehmen? Ich bin aber so ein Freund davon, den Leuten Hausaufgaben zu erteilen, weil du sagtest, Mensch Heiko, den Frust, wo ich ehrlich zugebe, du hast das alles schon gesagt, du hast das alles geschrieben, ist alles bekannt und trotzdem sagt, fangt an zu recherchieren. Also, 432 und 440 Hertz bitte eingehen bei Google und geht mal rein in die Thematik. Da werdet ihr auf zwei Sachen stoßen. Ihr habt Leute, die sagen, Verschwörungstheorie, Spinnerei, die üblichen Seiten, Serum und so weiter. Ist klar. Und ich habe mir aber gesagt, hör doch mal rein. Hör dir mal einen Song an. Selbst Deeper Schmuth haben sie mittlerweile auf 432 abgespielt. Herz, irgendwelche Leute. Und ich bin nur darauf gekommen, bin kein Pink Floyd Fan, du kennst Darkseid oder Moon, aber die wenigsten wissen, dass 15 Jahre lang die Platte in den US-Top-Charts drin war. 15 Jahre. Das haben die Beatles nicht geschafft. Michael Jakes und nicht Elvis. Interessant ist aber, dass die auf 432 Hertz, Kammerton, ihre Musik damals gestimmt haben. Ich bin kein Fan, habe mir aber die Platte damals erholt und wollte immer in dem Geheimnis auf die Spur kommen, was haben die anders gemacht. Und wenn du ein bisschen reinhörst, Echoes, das ist ja ein bekanntes Lied von Pink Floyd, da hörst du schon ein bisschen was anderes. Konnte keiner greifen. Aber muss jeder für euch selber herausfinden. Also 440 Hertz, sagt man, die Musik ist einfach mal, die Schwingung ist aggressiver. 432, Kammerton, ist die Schwingung der Erde, ist die Schwingung von uns selber. Interessant war, Vivaldi, Mozart, wenn ihr reingeht, und wie sie alle händeln, die haben alle auf 432 Hertz. Die Instrumente gestimmt gehabt. Dann gibt es auch eine Story, die war relativ spannend. Aus meiner Sicht, 1939, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, da gab es eine Konferenz, da hat man sich festgelegt, die späteren Alliierten, dass der Kammerton abgeändert wird von 432 auf 440. Das ist ja so mein Thema, finde ich immer spannend. Warum gerade da? Also das heißt, man muss die Leute ein bisschen auf den Wald bürsten. Also muss sich die Schwingung verändern. Und dann landen wir dann irgendwann bei Kladni. Kennst du ja, Ernst Kladni, der ja diese klattnischen Figuren entworfen hat, wurde ja darum, die Seite, ist ja bekannt, man nimmt es so wie hier, also einen Spiegel, da wurde Sand, so karibischer oder Ostseesand wurde draufgelegt und dann wurde an diesem Spiegel, als ob ich jetzt hier lang gehen würde, am Glas, mit einer Seite von einer Geige und dann hat man, heute kannst du noch feststellen, viele Videos darüber, dann gab es ganz tolle Figuren, die sich gebildet haben, die so klattnischen Klangfiguren und die Leute waren damals fasziniert, dass er selbst bei Napoleon Bonaparte und so weiter am Hofe war, die haben sich damals das angeguckt, aber die haben es nicht für voll genommen, da muss feststellen, irgendeine Schwingung passiert da, wie du vorhin sagtest, Nada Brahma, alles ist klar, da ist auch irgendeine Schwingung, da verändern sich bestimmte Figuren und ja gut, dann wurde es weiter fortgeführt durch einen Schweizer, was fällt mir der Name gerade ein, Ernst, komm ich jetzt auf den Namen nicht, Anfang 20er Jahre, der hat es mit Musik, also mit Ton, hat er quasi Wasser beschallt und dann gab es auch verschiedenste Figuren, findest du halt im Internet und irgendwann landest du bei Dr. Emoto, sehr bekannt. Genau, wie klappt das eigentlich, dass du da Liebe draufschreibst auf den Zettel, dass du auf das Wasser klebst und ich glaube, da sind wir dabei, Schwingung, wie du sie jetzt musikalisch schießt, ist auch schon wieder eine Übersetzung. Ich glaube, das, was du denkst oder du dich andockst, ist überall, du kannst nichts geheim halten, so funktioniert das. Also achte auf, die Botschaft ist einfach runtergebrochen jetzt, achte auf die Gedanken, wenn also Gedanken nachweislich Materie verändern können, weil Geist ist die höchste Stufe von Materie, dann ist natürlich klar, wenn ich hier in meinem Körper zu 70 Prozent, die Höhen aus 90 Prozent aus Wasser bestehe, was denn da passiert, wenn Emoto das nachgewiesen hat mit den Wassermolekülen, was nur alleine damit passiert und deswegen muss jeder für sich jetzt überlegen, will er weiter den Müll reinnehmen oder wie fängt er an seine Gedanken zu denken, wie wird er der Beobachter der Gedanken. Klar kommen die nur rein wie ein Vogel, der kommt an, setzt sich auf einen Ast, dann fliegt er wieder weiter, aber bin ich jetzt der Vogel, bin ich nicht der Vogel, ich bin nicht mein Gedanke, ganz einfach. Und das wird die Botschaft. Ich glaube, wenn man anfängt, sich selbst zu beobachten, hat man so viel zu tun, das ist auch so lustig eigentlich, dass man, ey, das habe ich ja nie gesehen, dass man für den Rest des Quatsches da draußen gar keine Zeit mehr hat. Und in dem Moment, wo man darüber zu Hause nachdenkt und mit Leuten, kann man nichts Böses tun. Also jemand, der auf einem Stein sitzt, ist wahnsinnig friedlich. Wenn mehr Leute auf Steinen sitzen würden und einfach nur nachdenklich werden, dann gäbe es diesen ganzen Quatsch nicht. Ja, aber wenn das jeder machen würde, ja, überleg dir, das muss ich mir vorstellen, wenn das jeder machen würde, dann gäbe es keine Panzerfahrer mehr. Genau, super. So, und ich kann nur sagen, in diesem Sinne kann ich nur sagen, wir könnten 20 Stunden miteinander richtig glatt. Hier, wie ich jetzt sitze, nochmal ein, spätestens dann, wenn du deinen Campus eröffnet hast, wenn du gerne kommen möchtest. Vielleicht können wir da nochmal eine Sendung drüber machen. Aber du könntest ja auch auf den Campus kommen. Ihr könnt auch kommen, kein Problem. Ich komme gerne vorbei bei dir. Gut. Ihr werdet davon erfahren und drückt uns die Daumen, unterstützt uns, wenn es dann auch losgeht. Wir sind gerade dabei, aber du weißt, wie es ist, wenn man in Hausbauplanung, es ist viel, was Papierkrieg und sowas ist, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Okay, vielen Dank nochmal, willkommen. Ich freue mich ganz besonders für das Projekt und dass wir uns demnächst sehen, hoffentlich. In diesem Sinne, danke dir. Alles Gute, bis zur nächsten Sendung. Ciao. Bis zum nächsten Mal.